Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 458. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Der Marvin. Hallo. Und Frau Alex ist auch am Start. Bonjour. So, und wir wollen heute reden über Last-Minute-Tore, spannende Runden in der Euroleague und was wir denn in dieser Saison von Hoffenheim halten. Und bevor wir da allerdings hinkommen, müssen wir natürlich ein bisschen oder freuen wir uns drauf vielmehr ein bisschen Housekeeping zu machen. Wie ihr ja wisst, sind wir nahezu komplett Hörerinnen finanziert und sind da sehr stolz drauf. Und in dieser Woche möchten wir stellvertretend für alle, die uns hier Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen, den Alex und den Joachim erwähnen. Die sind nämlich in der vergangenen Woche mit einer kleinen Sonderspende um die Ecke gekommen. Und da sind wir sehr dankbar für und bedanken uns stellvertretend für alle anderen bei Ihnen. Und ja, wenn ihr uns auch unterstützen wollt und noch nicht wisst, wie das geht, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei und dann findet ihr dort eine Support-Seite und dann, da stehen da alle Informationen wie Bankdaten, PayPal-Links, Patreon, Amazon-Affiliate-Links zum Einkaufen und so weiter und so fort. Und wir sagen danke für die Unterstützung. Ja, und dann reden wir jetzt über die Eintracht und über Fußball und fangen natürlich chronologisch korrekt an beim Donnerstagsspiel der letzten Woche. Die Eintracht spielt gegen Antwerpen zu Hause, hätte die Chance gehabt, den Gruppensieg klarzumachen, aber hat sich entschieden, in einem Last-Minute-Tor den Ausgleich zu machen und es somit nochmal spannend zu machen. Ja, was ist denn so euer Empfinden rückblickend auf dieses Spiel? Vielleicht darf Frau Alex mal anfangen. Äh, ich kann vielleicht mal mein Empfinden während des Spiels so ein bisschen berichten. Auch schon. Vor dem Spiel hab ich mir gedacht, oh Gott, immer wenn wir was von reden, wir machen heute irgendwas klar, machen wir es safe nicht. So, dann guck ich mir so die ersten zehn Minuten an und hatte vorher auf ein dreckiges 1-0 getippt, guck die ersten zehn Minuten und denk mir, ja lol, also das gibt ja locker ein 3-4-0. Er war mega euphorisch, dann fiel auch relativ schnell das 1-0, ja und dann verebte meine Euphorie, endete schon in totalem Frust und wurde dann in den letzten Sekunden nochmal wieder so ein bisschen auf den Normalmaß gerettet. Aber das war echt so Achterbahn, Wellenbad, wie auch immer man es nennen will, ging von zu Tode betrübt bis zu euphorisch und wieder auf ein Maß, mit dem ich natürlich den Rest der Woche starten konnte. Patricia? Kann irgendwas passieren, weil, ja, es ist halt sehr mau gewesen. Man hat wieder ohne Stürmer gespielt, so dieses Problem, was wir ja die letzten Wochen immer hatten und weiterhin haben, so, dass man sich denkt, okay, wer soll aber auch die Flanken abnehmen, weil wenn irgendwie was geht, dann geht was über die Außen und dann kommt eine Flanke rein und dann ist kein Abnehmer und so weiter und so fort. Die typische Leier, deswegen war ich dann auch recht schnell ernüchtert und ja, dann irgendwann auch verärgert, dass man dann halt wirklich in den 2-1-Rückstand gerät, nachdem man 1-0 geführt hat in einer Partie, wo man natürlich wieder alles hätte klar machen können. Ja, und dann, klar, der Ausgleich am Ende war dann auch schön, war auch schön zu sehen, dass man zurückkommen kann und dass die Eintracht mal wieder so Moral bewiesen hat, das ist gut, aber letztendlich auch ein bisschen ärgerlich, wenn man bedenkt, das hätte eigentlich jetzt das Spiel sein können, wo man sagt, okay, das nächste Spiel ist eigentlich egal. Und ist es jetzt halt nicht, deswegen, ja, das sind so ein bisschen gemischte Gefühle, aber ja, also die ernüchterndere Partie der beiden in der vergangenen Woche, würde ich sagen. Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Was ich krass fand, war die Unterschiedlichkeit der ersten zur zweiten Hälfte. Also ich fand, in der ersten hast du dann deutlich gemerkt, okay, alles klar, wie Alex eben gerade angedeutet hat, okay, das holen wir jetzt nach Hause. Also die sind ja, was ist mit Antwerpen los? Ist ja noch schlechter als beim Hinspielen, wo du gedacht hast, das ist halt gar nichts, was ist jetzt hier los? Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen nur mal die Chancen verwerten, ja. Und dann, ja, aber dann ist es halt einfach zu wenig und dann ärgere ich dich, da habe ich mich dann auch wirklich geärgert, weil ich gedacht habe, das ist doch so unnötig, es ist so unnötig, dass wir jetzt überhaupt wieder in Bedrängnis dann kommen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, müssen wir die Spieldaten angucken, aber ich glaube auch, auch die waren deutlich in Sachen Tormöglichkeiten. Ich glaube, da haben wir 17 Torchancen oder so gehabt, wo du deutlich gesehen hast, okay, das geht eigentlich in die richtige Richtung, aber du machst das Ding halt nicht. Und dann kommst du halt in echt eine schwierige Situation. Ich glaube, es ist ja auch noch ein, wenn ich darüber nachdenke, es war ja das letzte Spiel, was ich wahrscheinlich, keine Ahnung, gehe ich mal von aus, in absehbarer Zeit im Stadion gesehen habe. Und es war ja in der Zweieinhalbzeit auch so, dass es ja noch mehr, ein Tor wurde ja für Antwerpen dann gar nicht gegeben, wo ich schon gedacht habe, scheiße, scheiße, jetzt. Das war auch eine knappe Nummer. Ja, richtig knappe Nummer, ja. Da hatte ich aber gedacht, jetzt werden sie noch mal wach. Also vielleicht ist das jetzt einfach der Moment, den es gebraucht hat, aber auch das ist ja verpufft. Nee, hast du recht. Hast du recht. Hat nichts gebracht. Also ich weiß nicht, ich habe auch den Spielerwechsel, Holger, dann für Lindström habe ich nicht so wirklich dann wahrgenommen, dass da irgendwie großartig jetzt was passiert. Vielleicht ist es auch so ein bisschen negativer von mir gewesen, aber ich muss echt sagen, irgendwie der Vibe der ersten Halbzeit war gar nicht mehr da. Und dann noch kurz vor Schluss, dann das 1 zu 2, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja komplett schau. Weil das können wir froh sein, dass dann die Wechsel gestimmt haben, also Paciencia und Rode. Und dass Paciencia dann wirklich sich wieder belohnt hat mit diesem wunderbar geilen Kopfball. Und da hat es dann mal gepasst mit der Flanke. Ich glaube, auch von Kostic kam die Flanke. Ja, was du eben gesagt hast, diese zwei Hälften ist für mich total bezeichnend Daichi Kamada gewesen. Wenn du den in den ersten Spielminuten dir mal anguckst, der wedelt nach jedem Ball. Also irgendjemand hat den Ball und Daichi Kamada steht da und winkt jedem zu, will den Ball haben, fordert permanent, dass der Pass zu ihm kommt. Und in der zweiten Halbzeit siehst du einfach gar nichts mehr von ihm. Also der war eben, wie du schon gesagt hast, Patricia, Euro-Daichi, der ist auf den Platz gekommen. Und ich dachte mir, Alter, was ist mit dem? Der ist ja on fire. Und in der zweiten Halbzeit eigentlich komplett abgetaucht. Ja, ich frage mich auch immer, wie das passiert. Also was ist immer der Auslöser für sowas? Ich verstehe das halt überhaupt nicht, wenn du vor allem so in die Partie startest, dann selbst noch ein Tor machst, dass es dann ist. Es ist ja gar nicht mal auf ihn direkt jetzt bezogen, ist aber ein gutes Beispiel jetzt mal an dieser Stelle. Finde es aber immer rätselhaft, wie das passieren kann, weil eigentlich hast du ja alle Voraussetzungen, jetzt die Partie zu einem guten Ende zu bringen. Und hast ja auch direkt am Anfang so einen Motivationsschub und dann fällt das so ab. Und ich habe keine Erklärung dafür, warum das passiert. Also ich glaube, wenn du sie gefunden hast, ich würde sie auch nehmen, weil sogar bei uns Kreis-Oberliga passiert ist. Wir hatten jetzt unser erstes Spiel unentschieden gespielt und da war es halt auch so, dass wir hinterher uns vom Trainer anhören mussten. Warum habt ihr nach dem 1-0, wir sind in Führung gegangen, das erste Mal in der ganzen Saison, und dann sagt ihr, nach dem 1-0 habt ihr einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Und ich habe halt auch null Erklärung dafür, selbst wenn ich auf dem Feld stehe, könnte ich nicht irgendwie sagen, ob das auf einmal irgendwie eine Selbstzufriedenheit ist oder keine Ahnung, was da Einzug hält. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob es dann vielleicht irgendwie Anweisungen vom Trainer sind, aber selbst Glasner hatte ja auch Anfang der Saison gesagt, dass er dann in solchen Fällen eigentlich eher in die Offensive geht. Also glaube ich nicht, dass er dann da die Anweisungen geben wird, gerade wenn er ja auch sieht, wie ein Werben im Spiel da unterwegs ist, wird er jetzt ja auch nicht sagen, okay, wir gehen irgendwie defensiver da irgendwie ran. Oder irgendwas. Also wäre jetzt auch keine logische Erklärung an der Stelle. Da gab es vor allem nicht nach 13 Minuten, gab es ja keinen Grund, okay, ja klar, die Abflachung des Spiels ist ein bisschen später gekommen, aber trotzdem gibt ja, also bei der Leistung, die er an Werben gebracht hat, gab es keinen Grund, sich einzumauern. Ja und dann halt auch, wie Alex sagt, eigentlich müsste man ja erwarten, dass nach diesem annullierten Tor, wo du ja sehr viel Glück hattest, meiner Meinung nach, dass dann eher so der Weckruf ist. Aber ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass wir noch weniger Zugriff zum Spiel gefunden haben und noch mehr, wie man ja immer so schön sagt, um dieses Tor gebettelt haben und es ja dann auch gekommen ist. Also eigentlich eher das Gegenteil, was mich halt auch ein bisschen verwundert. Aber gut, am Ende ist das 2-2 da und damit wird es halt jetzt in der Euroleague sehr spannend, weil bedeutet, wir müssen jetzt, um uns den direkten Weg ins Achtelfinale klarzumachen, dass Rückspiel in Fernabatsche mal mindestens unentschieden spielen, ist jetzt auch nicht so meine favorisierte Zusammenstellung. Nee, vor allen Dingen, weil es auch immer wieder dasselbe ist mit dieser Eintracht. Also wann immer wir die Chance haben, zuzupacken. Ja, aber soweit will ich eigentlich gar nicht denken. Ich will meine Euphorie noch ein bisschen behalten, die ich jetzt nach dem letzten Spiel auch habe. Und Fernabatsche ist jetzt auch nicht, also es ist jetzt keine Übermacht. Und da einen Punkt zu holen, ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Ja, deswegen sollten wir da positiv reinblicken und einfach mal daran glauben, dass die Eintracht den Sack zu macht. Ja, also es ist ja eine relativ gute Chance. Ich meine, wie gesagt, Fernabatsche war in Ordnung hier. Wir müssen da zumindest einen Punkt holen. Das würde Fernabatsche ja auch ganz gut tun. Die dann, was heißt gut tun, aber es ist im Endeffekt so, die können nicht auf Platz zwei kommen. Insofern alles halb so wild. Wenn wir uns da mit einem Punkt einigen, jeder, dann würde das funktionieren. Und dann sollte auch nichts schief gehen. Also das wird's hoffentlich sicherlich. Und bin mal gespannt. Dürfen ja offiziell keine Fans da einfach dann da hinreißen. Wurde ja auch dementsprechend abgeraten. Ich glaube, dass auf den normalen Auswärts-Fan-Blogen dann auch nichts passiert. Bin mal gespannt. Aber was von den Business-Seeds dann, welche Business-Ultras dann unterwegs sein werden. Die berühmten Business-Ultras. Ja, genau. Ja, und dann Alex hat das gerade eben schon gesagt. Das gab dann noch das andere Spiel, was vielleicht für mehr Euphorie gesorgt hat. Am Sonntag dann das Spiel gegen Union Berlin. Zum dritten Mal in Folge mit der gleichen Aufstellung. Quasi auch schon ein Novum in dieser Saison. Und viele sagten nach diesem Spiel, dass es mit Abstand mindestens mal die beste Leistung, in der aktuellen Bundesliga-Saison ist. Es gab sogar den einen oder anderen, der sagte, es wäre die beste Leistung wettbewerbsübergreifend gewesen. Was war denn so gesamthaft euer Eindruck, Marvin? Ja, also ich fand, das war schon eine extrem gute Leistung. Ich hatte in der Vorwoche auch eine wirklich verbesserte Eintracht gesehen und fand, dass das Spiel gegen Freiburg auch extrem gut war für die Verhältnisse, dass wir in beiden Halbzeiten irgendwie da waren. Freiburg ist ja auch ein tougher Gegner gewesen. Und jetzt kommt halt noch das dazu, dass du dich eigentlich im Gegensatz zu dem Spiel, was du am Donnerstag bestritten hast, auch nachdem 1-1 nicht komplett wieder eingeigelt hast. Sondern du hast immer weiter deine Chancen gesucht. Du hast versucht, was auch echt so ärgerlich, durch so einen scheiß Elfmeter, ganz klare Elfmeter, brauchen wir nicht darüber diskutieren, waren klare Elfmeter. Ich glaube, Dicker, der das dann verschuldet hat, ärgerlich gewesen. Aber die Eintracht hat trotzdem weiter, weiter, weiter gearbeitet. Und trotz der Tatsache, dass im Endeffekt die gleichen Spiele auf dem Platz waren, wie die Wochen zuvor oder wie die Tage zuvor, war ich überrascht. Und die Eintracht hat sich insgesamt 13 Chancen herausgearbeitet, hat eine Feldüberlegenheit gehabt, war auch ehrlich gesagt relativ sicher in den Pässen. Ich habe dann ein bisschen gesehen, dass in der Defensivbewegung das grundsätzlich sehr gut funktioniert mit Trapp, Tute, Hasebe und Deka. Man merkt aber auch, dass Hasebe so ein paar Kleinigkeiten, also ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Fehler eingestreut hat. Das macht er mit anderen Dingen wie der Wett, deswegen ist er trotzdem sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft. Aber man hat halt auch gemerkt, dass es nach außen, dass es eine krass gute Gesamtleistung war der Mannschaft, wo beispielsweise ein So zum ersten Mal so rausgekehrt ist, dass er, also was heißt nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal seit längerer Zeit auch Offensivakzente gesetzt hat. Dieser Schuss, brutal geil. Und hat mit Jakic, einem Nebenmann, der herausragend zu ihm passt, in Kostic in unaufgeregter, dauerhafter Laufform gewesen, der hat wieder unfassbar viele Kilometer gemacht und hat dann auch, trotz der Tatsache, dass wir die Probleme da vorne haben, dass wir da nicht diesen Stürmer haben, der aus allen Winkeln alles reinballert, aber hat zumindest probiert. Und am Ende war das ja sogar erfolgreich. Für mich war das mit die beste Gesamtleistung der Eintracht, glaube ich, von allen Spielern in dieser Saison, würde ich definitiv so sagen. Unterschreibe ich, also insbesondere die erste Halbzeit fand ich bockstark. Da sind so viele Sachen gut gewesen, die jetzt lange Zeit nicht funktioniert haben. Das Spiel nach vorne, das hat irgendwie, das hat ausgesehen, als würden Rädchen endlich mal ineinander greifen, als wären endlich mal Laufwege klar. Und um vielleicht einen auch mal ein bisschen hervorzuheben, Jesper Lindström, gefällt mir richtig gut. Also auf den habe ich richtig Bock und finde es mega, dass das gerade auch der ist, den wir gekauft haben. Also der nicht nächste Saison wieder weg muss. Also der macht richtig Laune. Genauso auf der rechten Seite. Tutar, finde ich, kommt immer besser ins Spiel. War echt cool. Das Einzige, was man halt echt auch noch sagen muss, wenn wir über die rechte Seite sprechen, ich finde, Chandler fällt halt schon auf als der Schwachpunkt der Mannschaft. Nicht, weil er besonders viele Fehler gemacht hat, aber er nimmt halt über weite Strecken weder offensiv, teilweise auch nicht defensiv am Spiel teil. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass da eine größere Baustelle ist, als man denkt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Spiel war an manchen Stellen dann zu schnell für ihn. Man machte es so ein bisschen den Eindruck. Ich mag ihn sehr als Typen, aber er war auch für mich von denen, die da auf dem Feld waren, derjenige, der da am meisten abgefallen ist. Stimmt, gebe ich euch recht. Und das ist halt so ein Mangel, den wir die ganze Zeit immer wieder benennen. Es ist halt einfach so, wir können bis jetzt auch damit leben. Aber auch bei ihm war es ja tatsächlich so, dass an diesem Spieltag er auch mit den anderen gut funktioniert hat. Und auch gute Flangen gemacht hat. Und ja, auch wirklich ein valider Punkt war. Ich finde es schön, dass du Lindström genannt hast, den ich auch wirklich verbessert sehe, der präsent ist, der auch sich ein bisschen jetzt gerade in dieses Spiel echt reingefunden hat, auch für die Eintracht. Deswegen freue ich mich, dass man halt mit dreimal die gleichen Besetzungen da auf den Platz gebracht hat, damit er sich auch weiter einspielen kann. Also Lindström wird, und das ist ja der gekaufte Spieler, wirklich zu einem Bundesliga-Asset. Und weißt du, wo wir jetzt gerade so langsam reinkommen, wo wir überlegen, na, wie sieht es denn aus mit den Neuverpflichtungen? Kommen die gut zurecht? Und da ist es schön zu sehen, dass ein Lindström jetzt gerade auch diese Bundesliga-Qualität mittlerweile entwickelt. Ja, ich finde vor allem bei ihm, also ich freue mich auch, dass ihr ihn angesprochen habt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich schieße mich ja immer so auf Spieler ein, im positiven Sinne. Und er ist irgendwie so ein Spieler, ich weiß nicht, warum, aber der holt mich so ein bisschen ab. Und deswegen, ja, habe ich mich schon darauf festgelegt, finde, aber auch mir gefällt es halt sehr gut, dass er irgendwie torgefährlicher wirkt als Kamada, habe ich das Gefühl. Also er sucht mehr diese Abschlüsse. Ich habe bei Kamada so das Gefühl, er weiß, dass er oft die Abschlüsse versemmelt. Und dann wirkt es immer so ein bisschen verhalten und es sind oft so diese Schüsschen, außer in der Euroleague, da schafft er es irgendwie. Und bei Lindström, da geht natürlich auch nicht jeder rein. Ich meine, er hat jetzt ein Tor gemacht oder so, aber ich finde, es wirkt gefährlicher. Und er hat da auch einen, also die Schüsse wirken zumindest fester als von Kamada. Und das gefällt mir ganz gut, weil er irgendwie klar mit Kamada auf einer Position spielt, aber nochmal andere Elemente reinbringt als Kamada. Kamada finde ich kreativer, so ein bisschen verkopfter aber auch. Und Lindström ist einfach so wild, also so temporeich und irgendwie, ja, so frisch. Und es gefällt mir richtig gut, auch die Kombination, ehrlich gesagt. Alex, du wolltest was sagen. Alex? Alex will nichts mehr sagen. Aber dann nehme ich das nochmal gerade auf. Aber jetzt ist Alex wieder da. Alex ist wieder da. Da bin ich wieder. Ja, der Button, dieser Mute-Button. Ich dachte schon, du wärst wieder Erdnüsse holen gewesen. Die habe ich tatsächlich wieder gehobelt. Deswegen war ich auf Mute. Nee, was ich eben sagen wollte, war, gar nicht mehr zu Jesper Lindström, sondern zu Ragnar Ache. Den hatte ich nach unserem letzten gemeinsamen Podcast, wo Basti und ich hier waren. Ja. Wo er Basti auch so ein bisschen gesagt hat, ja, Ache, eh nie jemand, der in der Bundesliga ankommen wird. Und so nach dem Podcast hatte ich den für mich geistig so ein bisschen auch abgeschrieben. Dachte mir so, ja gut, Alex, bist du zu weit weg. Ist vielleicht auch nur so eine Hoffnung, die du hast. Aber die Hoffnung wurde wieder unterfüttert mit seiner Einwechslung jetzt im letzten Spiel. Weil ich fand, der hat, auch wenn er nur zehn Minuten auf dem Platz stand, aber die hat er nicht schlecht gemacht. Er hat eine andere Präsenz auf dem Platz, das stimmt schon. Genau, der bringt nochmal ein bisschen eine Physis mit rein, eine andere Zweikampfhärte vorne mit. Also, ich würde ihn, ich hatte ihn ad acta gelegt und Bastis Worten vertraut. Aber da ist jetzt was, was meinen Hoffnungsschimmer wieder ein bisschen angezündet hat. Ja, kann ich verstehen. Ja, was wolltest du sagen? Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem Thema Lindström. Ich finde halt auch, dass diese Dreierbande da vorne, also ein Bore, ein Kamada und ein Lindström, dass sie sich halt auch sehr gut ergänzen, was das angeht. Das, was Patricia angesprochen hat, war es mit Lindström, jemanden, der dann auch nach vorne geht, der die Abschlüsse auch sucht und der damit aber auch automatisch das, was Alex gesagt hat, mitbringt. Nämlich diese Laufwege macht, die ein Kamada gerne hätte, weil er halt, ich glaube, Alex hat das beim Rasenfunk gesagt, da diese Räume sieht, wo er halt hofft, dass einer reinläuft, weil er den Ball da halt hinspielen will und das macht aus meiner Sicht ein Lindström halt. Das funktioniert halt an der Stelle ganz gut. Und du hast halt auf der anderen Seite wiederum ein Bore, der sehr viel da auch rumwirbelt, der sehr viel ins Pressing geht, der aber auch die Wege zurück macht und so die Verbindung schafft. Also die drei funktionieren halt in dieser Variante auch ganz gut. Und das gibt mir halt zumindest so ein Stück weit, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Hoffnung oder in dem Moment jetzt erstmal Ruhe ist, dass wir uns jetzt in der Konstellation nicht, ja, vielleicht werden wir uns trotzdem jede Woche weiterhin beschweren, dass wir keinen Stoßstürmer haben, zumindest dann, wenn Basti da ist. Aber es gibt mir zumindest Ruhe dahingehend, dass wir da drei kreative, offensive Kräfte haben, denen ich es zutraue, halt so Aktionen auch mal zu Ende zu spielen. Ja, grundsätzlich schon. Ich sehe das Problem tatsächlich bei einem Frau auch, muss ich auch immer wieder ansprechen, aber wir versuchen es jetzt nicht zu oft anzusprechen, weil das Problem ist offensichtlich und ich hoffe, dass die Eintracht weiß, was zu tun ist. Und bis dahin, bis zum Winter müssen wir halt mit den verfügbaren Ressourcen wirtschaften und müssen sehen, dass wir das hinbekommen. Und da ist ja jemand wie Ache, der jetzt angesprochen wurde, ja, kann vielleicht wirklich zu einem Faktor werden. Ich sehe die Körperlichkeit auch, das sieht man dann auch in den Zweikampfwerten, dass er sich da wirklich nicht die Butter vom Boot nehmen lässt, auch hat versucht, mal ein paar Torschüsse anzubringen. Das ist okay, er hat natürlich eine irgendwie undankbare Situation, kommt immer relativ kurz vor Schluss oder hat nicht mehr ganz so viele Minuten. Aber das könnte in eine richtige Richtung gehen und es wird auch in eine richtige Richtung gehen, wenn das mit der Mannschaft weiter so gut läuft. Denn was wir ganz wichtig sehen, ist diese innerliche Geschlossenheit, dass die beim Tor, beim 2 zu 1, kurz vor Schluss, wirklich alle zusammenrennen, dass die alle ein geiler Haufen sind, die richtig Bock auf Fußball haben. Und die haben sich ja gemeinsam wieder rausgeholt aus der schwierigen Phase und wachsen jetzt gerade zusammen. Und ich glaube, wenn dieses Gerüst erstmal steht, mittlerweile ist es im inneren Mittelfeld ja schon so, mit Soho und Jarkic, das funktioniert gut, in Kostic performt. Darf man auch nicht vernachlässigen. Jemand wie Kostic, der eigentlich schon fast im Sommer weg gewesen wäre, jetzt auch wieder diese Performance an den Tag legt. Selbst ein Schendler wird dann gut mitgenommen. Ein Lindström entwickelt sich. Ein Kamada hat jetzt nicht mehr komplette Ausfälle, sondern zeigt, welche Qualität er mitbringt. Und natürlich ist Boré kein Goalgetter in diesem Sinne, aber er arbeitet viel fürs Team. Und vielleicht kommt dann jemand wie Ache rein und kann sich in dieses Gesamtgebilde viel besser einfügen, als in der darbenden Eintracht die Probleme hat, irgendwie die Punkte zu holen. Ja, aber ich glaube, das ist halt unterm Strich auch so ein bisschen der Punkt. Also es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist mit Sicherheit nicht die top zusammengestellte Mannschaft. Aber irgendwie spielen sie zusammen und es scheint sich gerade was zu finden. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen euphorisch macht. Nicht, dass ich denke, geil, das ist genau die Truppe, mit der wir, keine Ahnung, nächstes Jahr die Euroleague gewinnen oder so. Weil die Mannschaft ist so, wie sie gerade auf dem Platz steht, eigentlich nicht gut genug zusammengestellt. Aber trotzdem findet sich da was und trotzdem entwickelt sich gerade was. Und es macht Spaß zuzugucken. Wie gesagt, die erste Halbzeit Union hat voll Bock gemacht, mal wieder hinzuschauen. Das war mal wieder ein gutes Fußballspiel. Du hast schöne Pässe gesehen. Du hast wirklich tolle Szenen gehabt. Und das ist das, was mir gerade Spaß macht. Klar, dass es in der letzten Minute dann auch immer noch reicht, um einen Punkt zu holen oder zu gewinnen, ist natürlich das Sahnehäubchen obendrauf. Aber ja, was halt viel wichtiger ist, sind halt die Spielverläufe an sich. Und das ist halt teilweise echt schon geil. Ja, klar. Und es wird auch sicherlich noch Spiele geben, über die wir uns dann im Nachhinein auch wieder beschweren werden. Aber ich gebe denen das ehrlich gesagt. Also mir ist das auch, wie Alex schon gesagt hat, viel wichtiger, dass diese Spielverläufe besser werden, dass sich dieses Team findet. Und man merkt ja, da ist gerade so eine Entwicklung in der Mannschaft generell. Und auch beim Trainer, der jetzt so, zumindest habe ich das Gefühl, dass er jetzt so seine Elf gefunden hat. Wenn du dreimal hintereinander die gleiche Elf in der englischen Woche spielen lässt, mit der er sich aktuell wohl fühlt oder wo er auch aktuell denkt, die Spieler passen zusammen und bringen das aufs Feld, was er sich ansatzweise vorstellt. Ja, und all das sehe ich lieber als, also da kann ich dann auch mal drüber hinwegsehen, wenn da ein Spiel drin ist, was eben nicht so toll ist oder wo eben noch nicht alles klappt. Und was auch ganz wichtig ist, ich glaube, wir können die Diskussion beiseite schieben, die wir am Anfang der Saison ja noch hatten, vielleicht stimmt irgendwas in der Mannschaft nicht, weil das sehe ich gar nicht. Also wenn man sieht, wie die auch zusammen feiern, wenn was gut läuft und wie die sich auch immer wieder aus dem Dreck ziehen, wenn es eben mal nicht so gut läuft, da steckt dann schon viel dahinter. Und das beruhigt mich auch immens, weil ich glaube, sobald was in der Mannschaft nicht stimmt, da kannst du noch so einen krassen Kader haben. Das wird zum Problem. Und das ist schon sehr, sehr viel wert, wenn das eben zusammengeht. Und ich habe bei der Mannschaft das Gefühl, die haben sich gefunden und die verstehen sich auch gut und da kämpft auch jeder für jeden. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, vor allem halt eben bei einer Mannschaft, die vielleicht nicht zu 100 Prozent gut zusammengestellt ist, wo vielleicht auch noch Lücken sind, meinetwegen immer noch die rechte Seite oder ein Stoßstürmer, viel wichtiger, dass da trotzdem irgendwie alle Bock drauf haben. Und ich habe das Gefühl, das ist aktuell so. Ja, dem würde ich komplett zustimmen. Vor allen Dingen auch mal die finanzielle Brille aufgesetzt. In so einem Umfeld oder in so einem Gebilde können ja jetzt auch oder können viele der Mannschaft einfach den nächsten Schritt machen. Also ein Dika hat die Möglichkeit, und das hat er jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, dass er diese Saison nochmal einen Schritt nach vorne machen kann und dieser, keine Ahnung, 20, 30 Millionen Transfer im Sommer werden kann. Wenn er das jetzt konstant über die Saison bringt. Er hat jetzt das Tor gemacht. Er hat auch die Vorlage gegeben beim, was war das, war das das Spiel gegen Antwerpen, wo er nach vorne gelaufen ist. Ohne Schuh. Ja, ne? Ja. Ich glaube, ja. Ja, wir waren total durcheinander. Ja. Und das sind halt alles so Aktionen. Also in diesen Last-Minute-Toren ist er schon krass beteiligt. So, dann Sow ist auch jemand, bei dem wir immer schon viel gesehen haben, wo wir immer gesagt haben, naja, der muss die Konstanz mal reinbringen. Der spielt die letzten Spiele konstant gut. Der hat jetzt auch mal ein Tor gemacht. Wenn der als defensiver Mittelfeldspieler oder als Achter jetzt noch ein bisschen Torgefahr entwickelt, dann kann das auch ein ganz großer Schritt für ihn sein. Ich finde, Tuta ist jemand, der kann diese Saison auch einen großen Schritt nach vorne machen. Also da kann sich auch für jeden Einzelnen gerade viel tun. Und ich glaube, dass gerade diesen jüngeren Spielern dieses Umfeld, die Gemeinschaft nochmal hilft, das auch wirklich umzusetzen. Ja, genau. Das sehe ich ganz genauso. Wir haben es ja jetzt auch schon ausgearbeitet. Ich glaube, dass das echt hilfreich ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass da, soweit ich das beurteilen kann, ein Trainer gerade auch die richtige Ansprache zumindest für die Spieler findet. Ja, es gibt ja immer wieder so ein paar Kontroversen, wenn wir über den jungen Spanier sprechen. Ja, da ist es ja bei Blanco scheint es noch ein bisschen anders zu sein. Da gibt es ja wohl atmosphärische Störungen zwischen Glasen und ihm. Aber mit der Mannschaft, mit der er hauptsächlich arbeitet, scheint Glasen ein ganz gutes Gespür für zu haben. Ist ja sehr, sehr aktiv am Rand. Und versucht, viel zu coachen. Und ich habe das Gefühl, langsam entwickelt sich da was, was nach, ich sage mal, Glas in der Fußball aussieht. Und im Endeffekt, das ist auch krass. Wenn wir mal grundsätzlich was ansprechen. Wie gesagt, wir haben unsere Probleme und es ist noch nicht alles absolut Gold, was glänzt, aber wir erarbeiten uns das. Und das ist auch kein Glück, sondern das ist hart erarbeitet, dass wir jetzt diese Punkte holen, die wir ja am Anfang der Saison nicht geholt haben. Dass wir gegen Bochum nicht gewonnen haben, also verloren haben. Dass wir nur einen Punkt gegen Wielefeld geholt haben. Das sind jetzt, jetzt belohnen wir uns, sind so mit die Dreier. Man muss aber auch sagen, was ich schon interessant finde, ist, dass wir eigentlich total froh sein können, dass wir überhaupt so einen Trainer haben. Also am Ende bin ich so froh, dass wir mit Oliver Glasne, das werden wir noch sehen, am Ende vielleicht sagt er, nee, war trotzdem blöd oder so. Aber Stand jetzt würde ich sagen, wir können so froh sein. Wenn ich gucke, was die Hertha irgendwie da holen muss, weißt du? Ich wusste, dass das kommt. Ja, es ist halt so krass. Weißt du, das Perpetuum mobile der Bundesliga, ja, irgendwie, da gibt es immer einen Job und dann findet irgendein Trainer, der in meiner Bundesliga war, immer einen neuen Job. Also nichts gegen Typhon Korkut. Ich glaube, der ist menschlich mit Sicherheit cool. Aber es ist halt krass, dass du immer noch Leute wie Bayer Lorzer, wie Fronzek immer noch in der Bundesliga hast und jetzt bekommt Typhon Korkut. Da muss ich auch sagen, alter Bobic, was ist denn los? Wo ist dein Telefonbuch geblieben? Da bin ich so froh, dass wir eine innovative Lösung mit Glasner gefunden haben. Ja, vor allem, wenn man daran denkt, dass der Kelch wahrscheinlich an uns vorbeigegangen ist. Weil ich weiß noch, irgendwann gab es so Gerüchte Korkut zur Eintracht. Ich dachte so, ach nee, wird nicht passieren, wird er doch nicht machen. Aber letztendlich war wahrscheinlich was dran. Also Bobic wird wahrscheinlich schon sogar mal mit ihm gesprochen haben, weil man kennt sich ja. Und ich bin sehr froh, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist im Nachhinein. Ey, es ist so. Es ist genau so. Das war wirklich relativ knapp. Ich weiß noch, diese Diskussion gab es mal. Und natürlich ist es jetzt mit Dirk Dürfner, der ja dann auch bei Berlin dann ist. Und die haben ja auch die Connection, glaube ich, durch Hannover, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also dann weißt du halt auch, wie der Hase läuft. Also ich bin so froh. Ich war genau zu dem Zeitpunkt, als das verkündet wurde, waren wir in der Rasenfunkaufnahme. Und dann wurde ich auch gefragt, so Alex, ist das die Bobic-Handschrift? Wo ich mir dachte, fuck, nein. Aber dann habe ich mal angefangen, drüber nachzudenken, was ist denn unterm Strich die Bobic-Handschrift? Also wie viel Bobic steckt denn überhaupt in der Eintracht? Klar hat er seinen Anteil da dran. Aber wenn man auch überlegt, damals wurde spekuliert, dass Korkut eventuell zur Eintracht kommt, ist das der Teil, den Bobic beigesteuert hat? Und dann gab es Gott sei Dank andere Leute, wie Hübner, Ben Munger, die gesagt haben, Alter, lass mal, wir kriegen was anderes. Also muss man halt jetzt auch mal fragen, also die Transfers, die er jetzt in Berlin mit eingeleitet hat, oder jetzt auch hier diese Trainerentscheidung, das ist jetzt auch nicht alles so, also da ist jetzt nicht der riesen Innovationssprung zu sehen, wo du dir denkst, ui, da hat er jetzt aber mal was Krasses ausgegraben, mal ganz um die Ecke gedacht. Nee, das ist alles Captain Obvious. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich eine interessante, ja, wie soll ich sagen, Beobachtung. Denn es ist irgendwie schon so, dass man das Gefühl hatte, okay, in Berlin soll jetzt vieles nochmal neu werden, du bekommst neue Power rein. Und sie haben ja mit Jovicic beispielsweise schon einen geilen Transfer abgeliefert. Das ist geil, das ist ein Spieler, der hätte uns auch gut getan. Aber es sind halt trotzdem, es ist halt nicht die Ausrufezeichen. Und gerade in der Trainerfrage ist echt nicht, da ist jetzt nichts Hochklassiges dabei. Wie gesagt, ich will Korkut nicht zu nahe treten. Der wird vielleicht jetzt auch die Hertha irgendwie zumindest in ruhige Gewässer bringen. Das hat ja zwischenzeitlich sehr gut funktioniert in Stuttgart, bevor es dann gar nicht mehr funktioniert hat. Aber trotzdem, es ist eine ungewöhnliche Lösung. Und ich bin einfach froh, dass wir nicht diese ganzen Frontseaks verpflichtet haben. Nicht gedacht haben, okay, Glasner ist weg, dann muss ich halt jetzt irgendwie den Bundesliga-Dino, was weiß ich, wen habe ich letztens gehört? Thorsten Fink, der war ja kurz im Gespräch bei Köln. Also da bin ich froh, dass das halt wirklich an uns vorbeigegangen ist. Nicht bei Köln, ich glaube woanders. Aber doch, der war in Köln im Gespräch, genau. Dieses Trainerkarussell ist auch jedes Mal mein größter Albtraum, wenn ein Trainer bei der Eintracht geht. Ich habe jedes Mal so Angst, dass jetzt, ich weiß gar nicht, warum mich das so krass immer reinzieht, aber es steht und fällt halt wirklich auch viel mit dem Trainer. Und ich denke mir immer, bitte nicht, bitte nicht irgendwas, wo du schon von Anfang an so negativ eingestellt bist gegenüber. Also es gibt so viele Trainer, die hast du schon bei so vielen Vereinen gesehen. Und bei 75 Prozent der Vereine ist es eben nicht so gut ausgegangen. Und den willst du dann irgendwie nicht bei deinem Verein, was halt wahrscheinlich auch eine Vorverurteilung ist. Und klar, würde so ein Trainer dann zu Eintracht kommen, gibt man ihm die Chance. Aber so ein bisschen mit Bauchschmerzen. Und das ist immer ganz, ganz schlimm. Deswegen, ich bin auch sehr, sehr froh über Oliver Glasner aktuell. Ich mag den auch sehr gerne und hoffe, dass es auch gut funktioniert noch mit der Eintracht weiterhin. Weil man sieht ja, es bahnt sich ja jetzt so ein bisschen was an, dass das irgendwie in die Richtung geht, die er sich vorstellt. Und ich glaube, wenn man ihm Zeit gibt, wird es auch funktionieren. Und ich hoffe es auch sehr. Also ich muss ja sagen, ich war ja total Team Anti-Glasner. Also es war ja für mich fast schon so der Horrortransfer. Aber das wendet sich gerade, das Blatt. Und zwar seit er den Ball auf die Tribüne getroschen hat, wo mir das erste Mal klar war. Alles, was ich ihm vorgeworfen habe, so dieses ist nicht Fisch, nicht Fleisch, so unemotional, so zurückhaltend. Wie will denn der eine Ansprache halten? Ja, eine Szene und der hat mich komplett mundtot gemacht. Theorie. Ich glaube sogar, dass das mit im Grund war, für ihn zur Eintracht zu gehen. Dass der nämlich unterm Strich gar nicht so glücklich war in Wolfsburg, weil er sich da eben emotional nicht ausleben konnte. Weil es halt einfach nicht zu dem Verein irgendwie passt. Und da jetzt sehr froh ist, dass er hier halt mal sowas machen kann, auch mal in der Pressekonferenz sagen kann, so nach dem Motto, ich zieh mir am Wochenende richtig einen rein und so. Also, dass er halt zumindest ein anderes als wir haben. Ich glaube, dass er da schon ein Stück weit froh ist und das vielleicht auch mit im Grund war zu sagen, okay, hier wird halt Emotionen geliebt. Ja, ich glaube, du hast einen sehr guten Punkt, den du da ansprichst. Weil ich hatte auch von anderen Quellen schon gehört, nee, der ist nicht so und ihr habt den falsch eingeschätzt. Bei mir war es, ich kann Alex Intentionen da grundsätzlich nachvollziehen, weil bei mir war es nach dem, als ich das gehört habe, über die erste Reaktion, die wir bei Fußball 2000 dazu gemacht haben, da habe ich auch gedacht, ah, irgendwie, ich habe den noch nicht so greifen können und ich wusste nicht, ist der so emotional? Und dann haben auch andere Leute in den Kommentaren gesagt, naja, er braucht ja keinen emotionalen Trainer, sondern jemand, der das Spiel versteht. Aber es ist ja, das ist ja beides. Er versteht das Spiel, er hat einen relativ anspruchsvollen Fußball, den er im Idealfall spielen lassen will. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass er auch eine Emotionalität mitbringt, diese Szene. Ich glaube, ich will das nicht zu überhöhen, aber ich finde es schon interessant, diese Szene könnte schon eine Szene gewesen sein, die auch nochmal ein bisschen Ruck oder auch ein bisschen den Wendepunkt gebracht hat. Ohne jetzt zu viel zu sagen, wir sind jetzt noch in der Hinrunde, wir wissen noch nicht, wie es in der Rückrunde läuft, aber wir können ja auch mal heute ein bisschen positiv sein. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Aktion, die natürlich dann auch irgendwo wieder so eine Mannschaft dann auch, kann ich mir vorstellen, beeindruckt zu sagen, so von wegen, okay, der geht halt da auch richtig mit, damit kriegst du vielleicht auch den ein oder anderen Charakter in so einer Fußballmannschaft dann halt auch wieder mehr auf deine Seite gezogen. Vor allen Dingen, weil es halt alles junge Kerls sind. Also ich sage mal, wenn du Cristiano Ronaldo trainierst, der seit 12 Millionen Jahren auf dem Fußballplatz steht, der wird ihn wahrscheinlich angucken und denken, oh Trainer, was machst du da? Ja, da läuft es aber andersrum, da trainiert Cristiano Ronaldo dich. Genau, aber hier ist es halt auch so ein bisschen das Signal, so Teil des Teams zu sein. Und am Ende, klar musst du das Spiel verstehen, aber das Spiel wird halt von Menschen gespielt. Und deswegen glaube ich, gehört halt, wie du schon gesagt hast, da gehört auch immer ein guter Schuss Emotionalität und Empathie dazu. Und das hatte ich ihm am Anfang nicht zugetraut. Für mich war das so ein, ja, so ein nicht greifbarer Typ. So neutral. Genau. Und das ist er jetzt auf keinen Fall mehr. Also spätestens nach der Aktion, wie gesagt, hat er mich zum Schweigen verdammt. Und nun fangen wir von vorne an. Warum? Ja, ihn kennenzulernen quasi. Jetzt habe ich meine Vorurteile abgelegt, in die Schublade gesteckt und jetzt sehe ich ihn mit einem neuen Blick. Ja, aber die Mannschaft ja anscheinend auch, also er scheint ja immer mehr dann auch auf seine Art und Weise, wie er Fußball spielen will, einzugehen. Er hatte ja im Vorfeld von dem Unionsspiel auch gesagt, dass man gucken müsse, die Räume hinter der offensiven Fünfer-Schräg-Schräg-Dreier-Kette zu bespielen, dass man auch mal mit flachen Pässen agieren muss. Also das ist ja dann auch angekommen und ist ja dann auch gemacht worden. Also ich glaube, man hat noch nie so viele flache Hereingaben von einem Filip Kostic gesehen, wie in dem Spiel. Wenn da noch ein bisschen mehr draus geworden ist, ich erinnere mich jetzt gerade wieder an die eine Szene, wo Bourree quasi ein glasklares 2-0 auf dem Fuß hat und ihn dann leider mit etwas zu viel Energie dann da übers Tor ballert, dann hätte man da auch noch ein bisschen mehr machen können aus der Nummer. Definitiv, definitiv. Aber es war ein Top-Gegner. Wir haben jetzt zwei gute Gegner besiegt, mit Freiburg und mit Union. Das ist schon eine Hausnummer. Also Union ist in dieser Saison ja auch nicht leicht zu nehmen und wie gesagt, Freiburg, natürlich jetzt sind sie gerade so ein bisschen im Niederlagen. Strudel wäre jetzt schon viel, viel zu viel gesagt, aber haben jetzt öfter verloren, aber trotzdem eine Mannschaft, die ja auch nicht ohne Grund da oben steht. Jetzt sind wir diese beiden wichtigen Siegeerrungen, haben dementsprechend auch schon echt lange nicht mehr verloren, was super ist. Jetzt geht es halt dann auf zu den nächsten Ebenen, aber ich glaube, auch da können wir relativ optimistisch reinblicken. Vielleicht, wenn wir dann die Torchancen, die ihr gerade erwähnt habt, dann auch nochmal wirklich früher reinmachen und auch wirklich nicht immer bis zur letzten Minute wanken müssen. Auf der einen Seite ist es schön, wenn das Tor so spät fällt, weil du weißt, es wird jetzt definitiv keinen großen Konter mehr geben, sondern das Spiel ist dann halt auch wirklich rum. Also das haben wir in der Vergangenheit auch sehr oft gehabt, dass man dann trotz Eintracht-Führung nochmal zittern musste, weil man wusste, es ist noch einfach viel zu viele Minuten zu spielen. Aber auf der anderen Seite mal so ein 3-0 nach der Halbzeit und dann einfach entspannt Fußball gucken, wäre halt auch mal wieder was. Kommt noch. Ja. Aber es ist vor allem, aber auch wie Marvin gesagt hat, es waren zwei gute Mannschaften und was ich noch beeindruckender finde, sind das sind zwei Mannschaften, die ja auch defensiv eigentlich sehr geordnet stehen. Also Freiburg hatte bis dato kaum Tore kassiert, irgendwie acht oder neun Gegentore vor dem Spiel gegen die Eintracht und Union hatte ein paar mehr, aber ist auch eigentlich eine Mannschaft, die du da hinten jetzt nicht so easy locken kannst. Und ich hatte da vor beiden so ein bisschen Respekt, einfach weil die Eintracht ja auch in die Saison gestartet ist mit, ach ja, wir haben irgendwie eigentlich gar keinen Plan nach vorne und wenn Kostic was hinbekommt, dann wäre es gut. Und deswegen hatte ich da so ein bisschen meinen Respekt vor, aber wenn du dann bedenkst, dass man sich vor allem auch gegen Union so viele Chancen überhaupt rausgespielt hat, finde ich das schon gut. Also klar, man hat sie nicht gemacht, das wäre der nächste Step, jetzt noch die Chancenverwertung aufzubessern. Aber schon allein diese ganzen Möglichkeiten da herauszuspielen, eben gegen eigentlich relativ geordnete Defensivreihen, hat mir schon sehr gut gefallen und mich auch so ein Stück weit überrascht. Ja, definitiv. Und das halt mit Spielern, ich meine, du hast in der Abwehr dann halt sowohl bei Union als auch bei Freiburg so die großen Kanten da stehen und du gehst halt ja eigentlich mit drei eher so kreativen, schnellen, kleingewachsenen Spielern da rein und kreierst halt trotzdem deine Chancen. Also ist halt schon gut. Was ich aber auch gerade bei dem Union-Spiel nochmal sehr gut fand, war eben auch unsere defensive Stabilität. Die hatten ja immerhin mit diesem Aboini, falls man das so korrekterweise auspricht, ja schon einen, der sowohl körperlich als auch schnell ist. Ja, da hat es aber bei uns auch teilweise beide Innenverteidiger gebraucht. Ja, aber ich glaube, es gibt da so ein Symbolbild, wo die beiden den Schönen in die Zange nehmen und ich glaube, das trifft es ganz gut. Das war ja schon auch der Plan, dann zu sagen, okay, wir kommen alleine gegen den nicht klar, zumindest habe ich das so verstanden, dann nehmen wir ihn halt zu zweit in die Zange und das haben Hasebe und Ndika ja auch das ein oder andere Mal sehr clever gemacht. Also ich erinnere mich auch daran, die eine Szene im Strafraum, wo sie ihn schon ordentlich in die Zange nehmen und dann trotzdem aber diesen Zweikampf für sich ausmachen, ohne da dann halt einen blöden Strafstoß oder irgendwas an dieser Stelle rauszuholen. Also es war auch defensiv ordentlich gemacht in der Nummer. Ja, vor allen Dingen auch Max Kruse, ne? Also hätte der das Elfmetertor nicht geschossen, der hätte in diesem Spiel keine Erwähnung gefunden. Nee, der war auch sehr gefroß. Also den haben sie komplett ausgeschaltet und das ist halt so ein Kandidat. Es gibt immer so Spieler, wo du, wenn du die Aufstellung vom Gegner siehst, dir denkst, ah fuck, der trifft gegen die Eintracht immer. Und dazu zählt einfach auch ein Max Kruse. Ja, leider schon. Also da zählt auch ein Nils Petersen bei Freiburg zu, da habe ich auch drei Kreuze gemacht. Dass der nicht spielt. Sehr gut, nicht dabei, kommt ins Gelegen. Und Max Kruse ist auch so ein Kandidat, der trifft gern bei uns. Hat er auch wieder, aber hätte er nicht, hätte es nicht diesen Grün. Aus dem Spiel heraus glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, aus dem Spiel heraus hätte Union an dem Tag kein Tor gemacht. Ja. Es ist rückwirkend immer etwas einfach zu sagen, aber ich bleibe dabei, das hätten sie nicht. Aber gut. Damit läutet die Eintracht so ein bisschen positive Zeiten ein. Und die Frage, die jetzt nach diesen beiden Spielen bei mir hängen geblieben ist, wenn wir sagen, wir haben jetzt so unser offensives System gefunden mit der Doppelzehn und einem Buree da vorne. Und wir haben mit Pacienza ja eigentlich dann eher so diesen Stürmertyp, den wir wollen. Habe ich mir die Woche die Frage gestellt, war das jetzt letztendlich das Aus für Lammers? Fragezeichen. Frau Patricia. Ja, es macht zumindest den Anschein. Also Lammers wurde ja auch gegen Union komplett verbannt aus dem Kader, wenn ich das richtig gesehen habe. Apo war ja dafür dabei. Er wurde ja eingewechselt gegen Antwerpen, hat aber auch irgendwie nicht wirklich viel dazu beitragen können. Und er hat ja so seine Chancen bekommen. Es geht einfach nicht schnell genug bei ihm, glaube ich. Und es ist halt nun mal so, dass jedes System irgendwie besser läuft ohne ihn. Also es funktioniert besser ohne kompletten Stoßstürmer. Es funktioniert besser mit einem Paciencia. Egal, welche Option du wählst, ich weiß nicht, mit Lammers funktioniert es einfach nicht, weil er sich, glaube ich, noch nicht so wirklich gefunden hat und er da irgendwie nicht reinkommt. Und so leid es mir tut, weil ich immer noch glaube, dass er was kann und dass er irgendwie auch da reinfinden könnte. Aber es geht einfach nicht schnell genug scheinbar. Und die Mannschaft entwächst ihm ja so auch ein bisschen. Also man findet ja Lösungen ohne Stoßstürmer beziehungsweise mit Paciencia, der jetzt aber auch ja nicht dieser Lammers-Spieltyp ist, trotzdem die bessere Option aktuell. Von daher sehe ich da, so leid es mir tut, wenig Platz aktuell für ihn. Ja, definitiv. Weil immer wenn, also ich meine, die Sache ist ja schwierig, denn als Lammers reinkam gegen Antwerpen, habe ich durchaus auch ganz gute Szenen gesehen. Und da war er sehr bemüht. Aber am Ende ist es halt so, es reicht halt da nicht. Das ist halt das Ärgerliche. Wer macht das Tor, der macht Paciencia. Ich finde auch, bei ihm ist es oft so, er kommt rein und dann hat er so ein, zwei Aktionen und man denkt sich, ah, heute ist sein Tag. Diesmal schafft er es sich, das Selbstvertrauen irgendwie aufzubauen und macht vielleicht sogar ein Tor. Und dann hat er so diese ein, zwei Situationen, dann stoppt er einen Ball schön, dann leitet er ihn schön weiter, macht irgendwie, du siehst auch, dass er technische Anlagen hat und danach verschwindet er komplett oder ihm gelingt nichts mehr. Und man denkt sich so, nee, das war heute auch nicht der Tag, an dem es passiert. Und das ist halt irgendwie sehr ärgerlich. Ja, ist halt auch traurig, weil er zumindest so von seiner Art als Typ irgendwie super wirkt und glaube ich auch, ja, durchaus es eigentlich könnte, ich meine, sonst wäre er ja auch nicht nach Italien, also aus der holländischen Liga nach Italien gekommen, wenn er nicht überhaupt Fußball spielen könnte. Aber irgendwie ist vielleicht diese Konstellation gerade für ihn nicht das Richtige oder nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, aber dann lass es aber trotzdem mal überlegen. Vielleicht, ich meine, du hast ja in so Absoluten gesprochen, vielleicht brauchst du diese Absolute gar nicht. Vielleicht ist es am Ende so, dass wir ihn mal reinwerfen können, dass auch er vielleicht davon profitieren kann, je besser sich dieses Team einspielt, dass er dann halt auch nicht mehr den Druck hat und dann einfach mal spielt. Du hast, ihr habt es ja eben vorhin gesagt, Ache bietet sich halt dementsprechend auch an, den können wir jetzt auch nicht komplett vernachlässigen. ein Passienter schießt jetzt auch wieder Tore. Das heißt also, wir müssen halt in dieser Rotation verbleiben und wenn es weiterhin so gut läuft, wird er auch in Lambas mal wieder eine Möglichkeit haben und vielleicht holt er sich dann in der Bundesliga sogar auch mit einem Torenvertrauen. Und dann geht es auch weiter. Ich glaube, wir brauchen gar nicht darüber nachdenken, jetzt in die Absoluten zu sprechen, weil es wird sich auch noch jemand verletzen, dann ist er plötzlich wieder da. Aber je besser dieser Gesamtlauf, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, der Eintracht ist, ich glaube, je besser ist es auch für ihn, damit wir weitergehen können. Ja, also ich verstehe den Punkt, aber dann hast du halt auf der anderen Seite auch den Fakt, dass er halt geliehen ist und dass du mit einem Patientia, mit einem Ache Spieler hast, die dir halt in dem Moment auch, mir gehören, finde ich in so einer Konstellation immer falsch, aber die halt quasi festangestellte Spieler bei dir sind und dann bist du auch immer ja in dieser Abwägungssache, gebe ich denen jetzt eher die Zeit? Ja, sehr guter Punkt. Oder dann halt eher dem, der halt nur geliehen ist, wo ich halt aber auch jetzt wissen will, wie funktioniert der, um dann auch mal eine Kaufentscheidung zu treffen oder nicht? Also der Zeitpunkt mit Chancengeben ist halt für ihn begrenzter als für den Rest. Ich verstehe es. Also das ist eine gute Frage, die muss man sich stellen. Ich habe da keine definitive Antwort. Ich habe nur das Gefühl, dass im Winter noch einiges passiert und wir dann eh nochmal neu uns umstrukturieren müssen. Stand jetzt ist es aber natürlich so, wenn du einen besseren, besser in Planung befindlichen Ache hast oder auch ein Paciencia, der schon besser stößt, dann sind das vielleicht die logischen Schlüsse, die du eher zu, also die du klar zum Spiel hinzugibst. Aber auf der anderen Seite wird die Zeit trotzdem noch für ein Lamas kommen, weil ein Paciencia wird irgendwann noch was haben. Ache, der war in der letzten Zeit relativ fehleranfällig, aber verletzungsanfällig. Das kann sein, dass da wieder was kommt und dann hast du wieder immer noch den Wechsel. Ich glaube, wenn all diese Spieler und selbst wenn noch ein Stürmer kommt, wenn wir all die Spieler brauchen, wir wollen ja auch den Europacup holen. Also insofern ist es natürlich schwierig. Ja, klar. Gelegenheiten wird es mehr als genug geben. Ich habe mich noch, wie gesagt, in der letzten Woche, gerade nach der Einwechslung von Paciencia, der ja dann da auch das Tor gegen ein Werpen gemacht, sehr stark bei dieser Frage erwischt, wo ich gedacht habe, okay, das wäre dann jetzt zumindest erst mal für die Hinrunde für ihn. Aber mal sehen. Vielleicht werde ich da auch noch mal in eine andere Richtung überzeugt. Gibt ja vielleicht noch die ein oder andere Gelegenheit in der Zukunft. Apropos Gelegenheit und Zukunft. Wir spielen am jetzt kommenden Wochenende. Ausnahmsweise mal nicht Sonntag, sondern Samstag, weil keine englische Woche. Wir haben jetzt wirklich mal Zeit, oder die Mannschaft hat jetzt mal wirklich Zeit zu trainieren. Und wir dürfen ran am Samstagmittag 15.30 Uhr gegen Hoffenheim. Eine Mannschaft, mit der ich mich diese Saison noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Aber weil die Alex ja gestern beim Rasenfunk zu Gast war, musste sie natürlich am Wochenende alle Fußballspiele sehen und kann uns jetzt mit Sicherheit wunderbar darüber aufklären, was denn die TSG Hoffenheim dieses Jahr für eine Mannschaft ist. Frau Alex. Die TSG Hoffenheim hat eins der spannenderen Spiele tatsächlich mir geliefert. Hat zumindest sehr torreich gespielt. Deswegen gab es da ein bisschen was zu gucken. Ich habe da jetzt gar nicht so die krasse Gegnerbeurteilung, aber die haben ja 3-6 gegen gegen Fürth gewonnen, beziehungsweise 6-3 gegen Fürth gewonnen. Und das, obwohl Fürth eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Aber das zeigt halt, wenn du drei Tore von Fürth eingeschenkt bekommst, musst dir das als Bundesliga-Mannschaft von der einzigen Mannschaft, die nur einen einzigen Punkt hat, zeigen, dass du defensiv deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ohne jetzt Fürth irgendwie alles absprechen zu wollen. Die haben mit Tillman da vorne natürlich auch jemanden, der echt gut gespielt hat. Aber ich glaube, gegen Hoffenheim geht was. Die sind hinten nicht so stabil. Die haben natürlich vorne mit Bebu auch echt einen guten Spieler. Dann hier der Rütter hat ein geiles Spiel gemacht. Also die haben vorne Offensive, die wir in den Griff kriegen müssen. Aber die lassen auch hinten was zu. Und wenn wir da mal unsere Chancen besser nutzen, ist Hoffenheim auf jeden Fall ein Gegner. der mehr als auf Augenhöhe ist. Ja, großer Vorteil ist halt hier dabei, also dass du, du sprichst die Defensive an, die durchaus schlagbar ist. Und du hast ja den Stammteuerhüter, der mit Oliver Baumann ist, wird durch zurück sein. Glaub ich noch erkrankt, ja. Ja, genau. Also insofern ist das eine ganz gute Sache. Penteke ist jetzt kein herausragender Torhüter. Also da muss man jetzt auch, muss man nicht künstlich überhöhen. Das heißt also, das ist diese ganze, der ganze Defensivverbund ist weitaus, ehrlich gesagt, weniger, ja, also der ist schon gut, ne? Also so Posch ist ein guter Spieler, auch Abko Buma ist ein guter Spieler, David Raum auch ein ganz guter Spieler, Kevin Vogt, naja, bin ich der größte Fan von. Aber am Ende, die haben echt drei Gegenteuer bekommen, da ist was möglich. Wichtig wird halt sein, dass unsere Offen, unsere Defensive wieder in Topform ist, weil die Offensivreihe von denen ist natürlich krass, aber ehrlich gesagt auch ein geiler neuer Test für einen Tutor oder gerade auch für einen Dika, einen Dika, der, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, dass diesen Fehler, den er gemacht hat, der dann zum Elfmeter geführt hat, der hat ja ein brutales Spiel sonst gemacht, ne? Das war so mit seinem einzigen Fehler. Das ist unfassbar. Also da merkst du auch, also international wurde das auch gesehen. Du hast auch, also gab es auch, gab es auch ein paar Schlagzeilen dazu. Du merkst, ein Dika ist halt ein geiler Spieler und jetzt hat er mit den nächsten, mit Jabour, Bebou und Ritter, die nächste Möglichkeit, da mal zu zeigen, wo der Ärmer hängt. Und ich glaube, das kann ganz gut sein. Wir müssen halt nur effizient in der Chancenverwertung sein. Das ist A und O. Ja, und stabil in der Defensive, was du ja gerade eben angedeutet hast. Also das sind so die beiden Punkte. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil ich bin nicht sicher, wie das Spiel ausgeht. ausgegangen ist. Hoffenheim hat auch 2-0 gegen Bochum verloren übrigens. Ja, krass. Also es sind halt schon eine Wundertüte. In der einen Woche verlieren sie 2-0 gegen Bochum. In der nächsten Woche gewinnen sie 2-0 gegen Leipzig. Ich glaube, die letzten Spiele waren auch alle immer im Wechsel. Das heißt, wir sind jetzt auch tatsächlich dran. So. Ich kann die halt gar nicht greifen, diese Saison. Also generell schlecht greifen, aber diese Saison überhaupt nicht, weil die halt, wie du gesagt hast, so wechselhaft sind. Und ich weiß nicht, klar gegen Leipzig gewonnen, aber Leipzig, wissen wir alle, ist auch irgendwie nicht so wirklich in der Saison drin und kämpfen mit sich selbst auch mehr, als sie wollen wahrscheinlich. Ich will mich nicht beschweren. Deswegen, das darf man dann wahrscheinlich auch nicht überbewerten. Und klar, gegen Fürth, nichts gegen Fürth, aber 3 Tore kassieren gegen Fürth, ist auch schon viel. Wobei Fürth das ja auch, ja, relativ offensiv spielt. Von daher, ja, das ist, aber ich würde das alles nicht überhöhen. Klar, Hoffenheim kann gefährlich sein. Es ist wahrscheinlich auch wieder so ein Tagesformspiel. Also, wie treten beide Mannschaften auf? Und da, das wird dann irgendwie den Unterschied machen, weil, man muss ja auch sagen, die Eintracht ist auch noch so ein bisschen hot and cold aktuell. Weiß man auch nicht genau, was man bekommt. Von daher, ja, aber wie Marvin schon gesagt hat, ich glaube, es steht und fällt auch damit, wie die eigene Abwehrreihe steht. Weil mit so einer Offensivreihe, du hattest auch Kramaric nicht erwähnt, den werfen sie ja jetzt auch wieder rein. Das ist halt auch noch ein Spieler, den sie haben, der gefährlich ist. Die haben schon gute Offensivspieler und wenn man die aber, glaube ich, im Griff hat, dann zieht man denen wahrscheinlich auch den Zahn, weil viele Mannschaften leben ja davon, dass du dich irgendwie dran hochziehst, ja, dass du offensiv gefährlich bist und wenn du merkst, das gelingt mir irgendwie heute nichts, dann zieht das halt runter und dann hast du halt selbst auch wieder eine Chance, eben gegen diese Mannschaften, ja, ein gutes Spiel zu machen. Deswegen ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wie wichtig die Defensivleistung dann wird. Aber da bin ich auch guter Dinge, vor allem auch, wie schon gesagt wurde, Indica ist ja in bestechender Form. Bestechender Form, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir nochmal die, die Spieldaten auch vom Spiel gegen Fürth anguckst, also die haben gegen den Tabellenletzten gespielt und haben aber die deutlich schlechtere Passquote und haben die deutlich schlechtere Zweikampfquote. Also, ich finde, es ist halt, wenn am 13. Spieltag eine Mannschaft noch mit einem Punkt dasteht, halt auch eine große Aussagekraft über die Qualität deines Spiels, was du abgegeben hast. Kennen wir natürlich auch von dem Spiel, was wir gegen Fürth gemacht haben. Wollte ich mal sagen, ich habe da so, und unsere Statistiken denke, die Marvin da das eine oder andere mal runterbetet, da, weiß ich nicht. Ja, das war, das war aber die Präzeit, bevor wir aufgedreht sind, als wir noch cold waren. Jetzt sind wir heißer Shit. Wir sagen das jetzt so, aber komischerweise macht jeder gegen Fürth sein schlechtestes Spiel. Vielleicht macht Fürth auch einfach was richtig. Ja, ist das aber auch die Erwartungshaltung, mit der du da reingehst, weil du halt eben gegen Fürth spielst. Aber weiß ich nicht, die haben ja auch gegen uns nicht schlecht gespielt. Also wir haben zwar auch echt beschissen gespielt, aber ich habe teilweise gedacht, so alter Fürth, krass. Aber die spielen halt. die machen halt viele individuelle Fehler und damit schenken die sich dann selbst so dämliche Tore ein, wo man sich denkt, das hätte nicht sein müssen. Also ich glaube, die könnten vielleicht sogar in einigen Spielen sogar länger mithalten, wenn die sich nicht selbst irgendwie durch dämliche Aktionen nach hinten werfen würden. Ja, vor allen Dingen, die machen halt das, was eigentlich keiner der Aufsteiger macht. Die versuchen halt, Fußball zu spielen und sich nicht einfach mit zehn Mann hinten reinzustellen und dem Torwartgesellschaft zu leisten. Das ist eigentlich das, was man sich wünscht, damit in der Bundesliga ordentlich Fußball gespielt wird und du nicht jede Woche diese selbe Grütze hast, wo du sagst, ah ja, die Bayern kommen, dann lass die mal das Spiel machen, wir stellen uns hinten hin und warten auf den Konter. Also das habe ich halt auch keinen Bock mehr, jedes Wochenende mehr anzugucken. Von daher machen sie es eigentlich richtig, aber eigentlich, wenn sie Punkte einfahren wollen, ja. Aber auch das ist ja zeitweise das Spiel, der Eintracht zu sagen, lass die anderen mal den Ball haben und das Spiel machen und wir konzentrieren uns aufs Kontern. Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dafür sind wir mittlerweile spielstärker geworden. Ja, in den letzten zwei, drei, vier Spielen, ja, davor war das auch eher so schwierig. Ja gut, davor haben wir es versucht und nicht geschafft. Das war ja eher so. Ja, ich glaube noch nicht mal, dass wir es immer so sehr versucht haben, aber gut. Anyways. Ja, was ist denn eure Idee für die Aufstellung am Wochenende, gegen Hoffenheim? Erleben wir zum vierten Mal die gleiche Aufstellung oder wird ein bisschen rotiert? Wir haben ja auch die Hinteregger, der jetzt am Wochenende wieder im Kader war, zumindestens, wo aber ja die Aussage war von Klaasner, dass das vielleicht noch ein bisschen zu kurz dran ist und dass Hasebe noch ein Spiel kann. Kann Hasebe noch ein Spiel? Fragezeichen. Ich tue mir mittlerweile schon fast damit schwer, jetzt Wechsel vorzunehmen, nachdem das ja jetzt in dieser Crunch-Time-Phase mit drei Spielen in einer Woche gut geklappt hat, mit derselben Aufstellung, stelle ich mir ehrlich gesagt die Frage, warum sollte ich genau jetzt was ändern? Und gerade selber hast du es ja angeführt, ja, Hinteregger wäre wieder fit, okay, aber ehrlich gesagt, warum sollte ich das jetzt gerade tauschen? Hm. Ja, geht mir ähnlich. Also wir haben ja die letzten Wochen immer wild rumrotiert, haben dann ja auch mit Blick auf die englische Woche gedacht, naja, vielleicht bekommt der mal ein Päuschen, vielleicht bräuchte der mal ein Päuschen, aber scheinbar hat keiner eins gebraucht. Und jetzt bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich sage, naja, wenn es funktioniert und wenn der Trainer wird es einschätzen können, die Spieler werden es einschätzen können, wenn alle fit genug sind zu spielen, dann warum nicht so weiter, wenn es jetzt auch eben halt funktioniert? Also es ist wahrscheinlich ein größeres Risiko, da jetzt groß was dran zu ändern. Ich würde es tatsächlich auch nicht machen. Das Einzige, aber ich glaube, das ist auch ein ganz persönliches Ding von mir, ich würde auf der rechten Seite nochmal wechseln. Wieso? Wen würdest du reinstellen? Du. Also es gibt für all die drei, vier Optionen, die wir da haben, alle so die Fürs und Widers, aber ich finde, Durm ist ein aktiverer Teilnehmer am Spiel als Chandler. Also ich meine, ich kann es verstehen, also wir haben ja einfach nicht die Optimallösung dort. Und dadurch, dass das halt nicht der Fall ist, kann man natürlich auch einen Durm, der ja über lange Zeit echt uns positiv überrascht hat auf der Position. Ich meine, es ist schon so, dass ich sehe, dass Chandler viel läuft. Also das will ich ihm auch nicht absprechen und er versucht auch mit, hat ein paar gefährliche Flanken auch gehabt und so weiter und so fort. Das ist dann schon okay. Aber ja, ich kann es verstehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist kopfwiegetuppt. Normalerweise kannst du das jetzt auch mal wieder machen. Ich weiß halt nicht, er hat sich ja gerade jetzt ganz gut eingefügt in das Spiel, ob es jetzt sinnvoll ist, es wieder rauszunehmen, um ihn wieder rauszunehmen. Ja, also deswegen hatte ich auch gesagt, das ist so ein Alex-Ding. Also ich glaube, sinnvoll ist es nicht, weil er hat auch, ist ja nicht so, dass ihr einen krassen Bock geschossen habt. Oder dass er wirklich ein schlechtes Spiel gemacht hat, wo du sagst, nee, komm, lass mal nochmal jemand anderen probieren, vielleicht wird es ein bisschen besser. Das ist halt absolut, also der ist durch nichts mega Schlechtes aufgefallen, der ist aber auch nicht durch Glanzpunkte aufgefallen. Aber was ich mich halt immer wieder frage, wie schlecht ist denn Da Costa geworden? Oder haben wir den in der einen Saison so glorifiziert? Also nur mal ganz kurz, was ich noch sagen wollte, ich meine auch nicht vergessen, die Vorbereitung zum 1-0 in Bayern gegen Adwerpen, hat ja beispielsweise auch Chandler gemacht. Also ich suche jetzt gerade Pro-Argumente dafür, dass wir ihn nicht wieder rausstellen. Nein, aber Da Costa ist leider irgendwie, das ist eine gute Frage, ich kann das gar nicht mehr seriös beantworten, weil ich jetzt schon länger nicht mehr dauerhaft auf dem Feld gesehen habe, aber er scheint ja relativ außen vor zu sein, was traurig ist. Wir haben das jetzt auch beim zweiten Trainer, also ich dachte halt, da wäre irgendwas zwischen Hütter und ihm vorgefallen, so dann ist er nach Mainz gegangen und ich fand, bei Mainz hat er echt ordentliche Spiele gemacht. So dann kommt er zurück, hier ist ein neuer Trainer, auch Teile der Mannschaft neu, also was auch immer gewesen sein könnte, du kannst einen kompletten Neuanfang machen und er ist wieder komplett außen vor. Ja und diesmal das ja sogar, nachdem man ihm ja relativ früh schon gesagt hat, dass man mit auf ihn setzt und dass er man ihn gerne wieder nächstes Jahr, also diese Saison im Kader hätte und mit ihm plant und dann findet er halt trotzdem jetzt irgendwie keinen Weg in die Mannschaft. Ja. Ist eigentlich schon ein herber Rückschlag für so einen jungen Kerl. Findest du auch einfach schade. Einfach schade. Also ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen, ich hätte mich echt gefreut, weil er ja auch echt hier seine Heimat ja auch gefunden hat und lief ja auch echt teilweise gut in Mainz. Aber im Endeffekt, manchmal passt es halt nicht. Ja. Aber gut. Also was machen wir auf der rechten Seite? Dome oder Chandler? Ja, bleiben wir. Also wer eigentlich, es gibt keinen seriösen Grund, den Wechsel anzustreben. Ja. Deswegen bleibt es dabei. Also Chandler. Ja, gut. J-Lo. Ja. Also, wie ihr schon rechtlich gesagt habt, es gibt Gründe dafür und Gründe dagegen. Aber er hat es ja nicht komplett verbockt am Wochenende. Also von daher lassen wir ihn da noch mal eine Runde laufen. Dann hätte ich jetzt gerne noch Ergebnistipps von euch. Und ich gucke mal gerade, wer in meiner Liste zuerst hier steht. Frau Partiziat darf anfangen. Ich gehe mit einem Standard 2 zu 1 für die Eintracht. Marvin. 3 zu 2. 3 zu 2 für die Eintracht. Alex. 3 zu 1. Ich glaube an das Unmögliche. Und zwar, dass wir zu 0 spielen und sage 0 zu 2. Cool. Und damit wäre ein weiterer Entwicklungsschritt bei der Eintracht in der Bundesliga auf dem Weg zu einem gesicherten Platz in der ersten Tabellenhälfte. Hoffentlich gemacht, weil danach kommen ja dann auch weitere Knackerspiele. Oder wir haben ja, glaube ich, nur noch Knackerspiele jetzt für die Rückrunde. Mal von dem Rückspiel bei Fenerbahce gesehen haben wir ja noch Gladbach, Leverkusen. Und wer war da noch? Oder ein Dritter? Mainz. Stimmt. Ja. Also, Spiele, auf die man sich freuen kann oder auch nicht. Gut. Dann hat sich auch noch ein bisschen was Aktuelles getan. Und wenn wir schon über die kommenden Spiele sprechen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, was sich mit dem Thema der Zuschauerzahlen getan hat. Und zwar, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ich habe es nur so halb mitbekommen, aber ist heute gesagt worden, dass bei den nächsten Heimspielen bei der Eintracht nur noch maximal 15.000 Fans zugelassen sind. Ich glaube, hessenweit gilt die Regel, dass es 25 Prozent der Kapazität ist. Genau, wobei man sich auch schon so ein bisschen drauf vorbereiten kann, weil ja die nächste Runde der Regeldiskussionen, was so Einschränkungen und so weiter im allgemeinen Sinne angeht, ja am Donnerstag ist, könnte man sich auch vorstellen, dass dann aus 25 relativ schnell auch 0 Prozent werden, oder? Wie ist das, Marvin? Ja, leider. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ehrlich gesagt halte ich das für ein bisschen problematisch. Also problematisch insofern, weil wir ja immer noch Diskurs haben zwischen geimpft und ungeimpft. Und dass man dann sagt, man macht das komplett zu. Ich halte eine Einviertellösung für schon echt nicht viel, muss ich sagen, aber für eine Einviertellösung, gerade in Anbetracht. Es geht auch viel um Symbolik, es geht viel um Bilder, wie oft zum Erbrechen oft jetzt über Köln gesprochen wird, als wäre das das größte Problem dieser Bund, in diesem, ja wie soll ich sagen, in Deutschland. Deswegen muss ich sagen, ein Viertel, ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn das auch Bestand hätte, gerade wenn die Zahlen jetzt nicht weiter hochgehen. Wenn wir es jetzt auch eh schaffen, vielleicht gibt es uns gerade so einen kleinen Trend. In Hessen habe ich jetzt auch schon in die Zahlen für morgen geguckt, da sieht es besser aus als in der vergleichbaren Woche. Wenn das dementsprechend eher vielleicht ein bisschen abnimmt und dementsprechend vielleicht so langsam eine kleine Wende hinbekommen, könnte man ja diese Einviertellösung beibehalten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn ein paar Leute, wie bei uns wären es dann knapp 13.000, die ins Stadion gehen, das wäre doch immer noch ganz cool. Und es ist absolut okay und absolut cool, dass da nicht das Stadion mit Vollauslastung, während irgendwo Leute echt Probleme haben, irgendwie einen Krankenhausplatz zu finden, alles gut. Aber vielleicht kriegt man es ja mit einer 2G und 2G im Stadion und dann dementsprechend 13.000 in einem großen Stadion. Wenn du 13.000 Leute ins Waldstadion packst, dann haben die ja auch ordentlich viel Platz, um sich irgendwie zu verteilen. Und wenn du dann noch die Anreise klärst, es gibt ja Konzepte dafür, dann sollte das in meinen Augen passen. Ich hoffe, dass es so läuft und nicht der komplette Ausschluss kommt zumindest nicht für, wir müssen das auch regional sehen, für Hessen. Stand jetzt sehe ich das in Hessen halt nicht, dass es in Bayern anders gehandhabt wird. Oder in Sachsen, weil die Zahlen da komplett durch die Decke gehen, ja klar, dafür spreche ich nicht, ich spreche jetzt nur für Hessen. Aber in Hessen sehe ich gerade einen leicht positiven Trend und den könnte man, da müsste man ja nicht die Leute bestrafen, die mit für den leicht positiven Trend gerade mit verantwortlich sind, weil sie sich verantwortungsvoll behandeln und verhalten. Du setzt immer noch so ein bisschen auf das Gute im Menschen und auf das gute Verhalten der Leute. Ich bin da schon wieder ein bisschen resignierter und denke mir, mein Gott, also wahrscheinlich muss irgendwas Hartes her, damit wir Bilder bei uns wie in Bayern vermeiden. Weil es wird immer wieder angeführt, klar, Sachsen, schlechtere Impfquote, la la la. Die Impfquote von Bayern und Hessen ist nahezu identisch. Also das ist kein Horrorszenario, wo es man an die Wand malt, wenn man sich vorstellt, dass das bei uns genauso einkehren kann. Und ich denke mal, die 13.000 im Stadion sind auch nicht das Problem. Ich meine, ich war nie zu einem Spiel, wenn wirklich wenig da waren. Ich war jetzt zweimal da gewesen, wo wir zwar nicht voll ausgelastet, aber schon so mit 30.000, 35.000 da waren. Und das Problem war es halt ganz klar bei den Eingängen. Also wenn du vorne am Gleisdreieck rein willst, da stehst du halt einfach 20 Minuten in einem Pulk von gedrängten Leuten aneinander klebend. Ich weiß nicht, inwieweit sich das verteilt, entzerrt, wenn du nur mit 13.000 da bist. Mit 30.000, klar, am Platz hatte ich meinen Abstand halbwegs. Aber ja, alles davor war halt nicht so. Also ja, ich würde aber trotzdem nochmal, wir müssen auch da versuchen, eine Differenzierung herzustellen. Du hast vollkommen recht, dass die reine Impfquote, wenn wir Hessen und Bayern vergleichen, kein großer Unterschied sind. Das sind round about 3 Prozent, aber es gibt regional krassere Unterschiede. Und gerade in den extrem hochinfektiösen Gebieten, die sich wunderwunder am Rand in der Nähe zu Österreich oder in den Alpen befinden, da ist die Impfquote bei 45 Prozent zum Teil. Also da, wo es komplett gerade durch die Decke fällt, wo du komplett volle Intensivstationen hast, da geht es halt komplett gerade verloren. Und das ist halt bei uns in Hessen nicht der Fall. Dementsprechend gibt es ja schon einen Unterschied, dass beispielsweise in Städten das ein bisschen besser ist, dass in München, in Nürnberg, dass da besser geimpft wird. Dann ist es ja auch nochmal ein Unterschied. Aber wie gesagt, wir müssen differenzieren. Und ich glaube, dass es eine Einviertellösung für alle eine gute Lösung ist, gerade wenn du sagst, du öffnest frühes Stadion, da können früh Leute rein. Bei 13.000 ist dann auch die Bahn nicht so voll, gerade wenn es sich einigermaßen aufteilt. Und ich glaube auch eh, dass auch bei uns, wir sehen es ja auch jetzt aktuell, wird es ja auch nicht mehr komplett voll. Wir hatten ja mehr Möglichkeiten, wo wir mehr Leute reinlassen konnten. Und da haben ja viele Leute dann schon selbstverantwortlich gesagt, nee, das ist mir nichts, da gehe ich jetzt lieber nicht mehr hin. Ich habe ein bisschen Angst, ich will auch jetzt auch nicht unnötig Leute in Gefahr bringen. Eben weil es halt immer wieder zu so Drängsituationen kommt, wie du so gerade beschrieben hast, bei Einlässen ist es durchaus möglich. Ich habe jetzt am Donnerstag beispielsweise einen anderen Einlass gewählt, weil ich zum allerersten Mal seit langer Zeit mit dem Auto gefahren bin. Und da war gar nichts los. Und da hatte ich natürlich Glück und wurde eigentlich komplett separat kontrolliert. Da gab es eigentlich bis nach dem Spiel, wo du runtergehst, eine Treppe, gab es keine Enge. Und das war eigentlich ganz gut. Und vielleicht kriegt man sowas halt auch bei 13.000 hin. Dann bin ich relativ optimistisch. Immer noch nicht vernachlässigend, dass es in der Freiheit ist draußen. Naja, aber ich glaube halt auch nicht, dass der Grund ist, dass die Leute vernünftig waren und nicht hingegangen sind. Sondern ich glaube, dass der Grund vielmehr ist, dass es momentan auch nicht so das Stadionerlebnis ist, wie es mal war. Also meine Lust ins Stadion zu gehen hält sich halt im Moment auch in Grenzen. Das haben wir ja auch schon diskutiert. Es ist halt im Moment nicht, also das könnten halt geile Europa-League-Nächte sein. Also wie geil wäre dieses Last-Minute-Tor mit Fans, mit richtigen... Voller Hütte. Ja, war ja fast volle Hütte, aber mit dem gewohnten Support aus den letzten Jahren gewesen. Also wäre es halt abgegangen ohne Ende. Aber das ist halt momentan alles nicht. Und deswegen ist es halt auch für viele Leute nicht mehr so attraktiv zu gehen. Ich würde mir wünschen, dass der Grund von mehreren auch wäre zu sagen, nee, ich bleibe lieber mal mit dem Arsch zu Hause und versuche Sachen mir zu verkneifen, die nicht 100% sein müssen. Ja, wobei ich glaube, die gibt es auch. Also am Ende wirst du eine Mischung haben von Leuten, die sagen so, nee, ist mir zu risikoreich. Oder ich sehe da gerade eher einen Mehrwert drin, tatsächlich nicht hinzugehen. Eben wegen der Zahlen. Du wirst sicherlich auch welche haben, die sagen, sie gehen nicht hin, weil es nicht das Stadionerlebnis ist. Manch einer hat vielleicht auch einfach dieses finanzielle Thema, was wir ja hier auch schon des Öfteren angesprochen haben, dass man vielleicht nach den anderthalb Jahren, wo vielleicht auch im Job nicht immer alles einwandfrei war, sich halt eben keine Karte für 60, 70, 80 Euro leisten kann. Also da hast du ja auch unterschiedliche Punkte. Ich glaube nicht, dass es nur das eine oder nur das andere gibt. Ja, Patricia, du warst ja jetzt auch schon länger nicht mehr im Stadion, ne? Nee, eigentlich seit Corona ist gar nicht mehr. Also ich habe immer mal zwischenzeitlich überlegt, hinzugehen. Aber bei mir ist es auch so ein Mix aus gar nicht so sehr, das ist jetzt nicht das gewohnte Stadionerlebnis. Also schon zum Teil. Andererseits würde ich aber auch gern wieder einfach live Fußball sehen im Stadion und ein bisschen unabhängig vom Stadionerlebnis. Dann war es aber auch immer so, also jetzt war ich kurz davor, hatte überlegt, so wie ist es denn mit vielleicht Antwerpen, wer das nächste Euroleague-Heimspiel? Und dann kam das halt wieder, dass die Zahlen so rasant angestiegen sind. Und dann hatte ich ehrlich gesagt genau vor diesen Gedränge-Situationen Angst. Wobei, also ich wusste nicht genau, wie sieht es denn vor Ort aus, wie gut ist das in Zert. War mir dann aber irgendwie nicht so ganz, ja, geheuer, mich in diese Situation zu begeben. Vor dem Hintergrund einfach der Zahlen, klar, ich bin geimpft, dann aber auch wieder noch kein Booster. Wer weiß, der Impfschutz, ja, meine Großeltern sind zum Beispiel auch noch nicht geboostert, aber bald. Und das sind alles so Punkte, wo ich mir gedacht habe, nee, also ich fühle mich nicht zu 100 Prozent gut dabei. Und irgendwie ist es auch nicht so eine, ja, dann kommt halt noch das dazu, dass es eben nicht das Erlebnis ist, wo ich sage, okay, dafür hat es sich dann aber auch mal richtig gelohnt. So, klar, das liegt auch daran, dass eben nicht so viele Leute rein dürfen oder nicht mal so viele kommen, wie rein dürfen. Ja. Aber ja, irgendwie diese gesamte Gemengelage, es ist von allem so ein bisschen, was mich noch so davon abhält. Und ja, ich weiß auch noch nicht so genau, wann das dann, ja, wieder funktionieren wird. Wenn man jetzt erst mal sieht, dass es wahrscheinlich komplett dicht gemacht wird im Endeffekt, wird das auch noch mal dauern. Aber ja, ich finde es halt insgesamt schwierig, wie das jetzt geframed wird so. Also mir hat das auch überhaupt nicht gefallen, dieses, ja, wir wollen solche Bilder wie in Köln nicht mehr sehen oder sowas. Wo ich mich gefragt habe, haben die Menschen da jetzt was Verbotenes gemacht? Eigentlich nicht. Es war ja zugelassen, dass so und so viele Leute in dieses Stadion dürfen, dass Vollauslastung erlaubt ist. Und diese Menschen haben sich einfach ein Ticket gekauft und sind zu ihrem Verein gegangen. Sind vermutlich zum größten, größtenteils vollständig geimpft gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das da 2G ist oder bei der Eintracht. 2G. 2G. Nein, nein, genau. Ja, eben. Das heißt, getestet, hier geimpft, genesen, das sind halt größtenteils Menschen, die, ja, alles gemacht haben, was in ihrer Macht liegt, bei der Pandemiebekämpfung, würde ich jetzt mal sagen. Weil das Allerwichtigste, ja, aktuell ist, sich einfach impfen zu lassen. Und deswegen finde ich das schon ein bisschen hart, wie das ausgedrückt wurde, dass man eben solche Bilder nicht mehr sehen will, weil ich halt nicht verstehe, was diese Menschen falsch gemacht haben. Klar, vor dem Hintergrund, es ist irgendwie schwer zu vermitteln, irgendwie den Menschen, die vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt ihre Buden dicht machen müssen, warum sie jetzt eben das nicht dürfen, während das Stadion voll ausgelastet ist. Ich glaube, wenn du, aber wenn du dir einfach mal diese Viertelstunde Tagesschau-Sequenz anguckst, in der du zuerst die Meldungen hörst, dass aus Bayern Leute ausgeflogen werden, weil die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht passen und in der nächsten Sequenz wird in Köln ausflippender Jubel bei, keine Ahnung, Thor durch Andersson gezeigt. Also die Bilder, die da auch einfach aufgebauscht werden und wie es präsentiert wird, ist schon eine krasse Aussage. Ja, das finde ich halt schwierig. Also ich verstehe das, dass es auch zum Teil nicht zu vermitteln ist irgendwie und das liegt aber gar nicht an den Fans, die jetzt zu ihrem Spiel gegangen sind. Das liegt einfach an der allgemeinen Situation, wie diese Pandemie überhaupt hier gehandelt wird in diesem Land. Und deswegen, ich finde es halt hart, sich wieder einen Sündenbock zu suchen, weil aktuell hat man so das Gefühl, ja, der Fußball ist schuld und das müssen wir jetzt unterbinden und dann wird alles gut und das ist halt eben nicht der Fall. Ich finde es halt im Weihnachtsmarkt. Ja, da bin ich mal ganz kurz rein, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du gibst natürlich die Schuldverschiebung an die Fans. Klar, du triffst ja für dich beispielsweise die Entscheidung, du gehst nicht hin. Also du sagst ja für dich, nee, ich finde das passt nicht so und wie gesagt, Großelternen damit auch ein bisschen aufpassen, du bist selbst dafür verantwortlich und machst das, wie ich finde, richtig so. Und es ist natürlich aber auch so, dass die Fans, die jetzt in Köln im Stadion waren, natürlich hätten sie auch diese Entscheidung treffen können. Aber es ist natürlich aber auf der anderen Seite so, dass man vielleicht nicht immer nur den Verein und die Fans irgendwie dementsprechend irgendwie in Mitleidenschaft ziehen sollte, sondern vielleicht auch einfach das Gesundheitsamt, das dementsprechend diese Entscheidung fällt. Genauso wie es in Frankfurt der Fall ist, wo gesagt wird, nein, keine Vollauslastung oder gerade 40.000 oder sonst irgendwas. Das ist ja die entscheidende Behörde und vielleicht sollte diese entscheidende Behörde eher dementsprechend kritisiert werden. Wie gesagt, die Bilder sind trotzdem problematisch, ich kann das alles nachvollziehen, aber man muss halt auch keine, sollte keine Schuldverlagerung, wenn wir über Schuld sprechen, hin zu den Leuten, die 2G, die geimpft sind oder genesen sind und alles dafür tun, dass sie jetzt hier gerade diese Pandemie irgendwie trotzdem einhalten. Aber halt diesen Punkt dann mal haben, es sind immer noch die marodierenden Horden, die überhaupt an nichts mehr glauben und irgendwie auch teilweise mittlerweile schon Geimpfte und so weiter unter Druck setzen und ganz strikte Gegner bezüglich des Impfens sind. Das ist das Problem und nicht diejenigen, die normalerweise ja sonst alles halten. Das kommt dann halt zu kurz. Da möchte ich halt auch gerade nochmal kurz was zu sagen. Also ich finde halt auch gar nicht, man kann den Fans da auch nicht unbedingt diese Schuld geben, weil wie Patrizia so richtig gesagt hat, was haben sie denn falsch gemacht? Also sie haben sich an die geltenden Regeln gehalten und sie sind zu einer Veranstaltung gegangen, die zugelassen war. Ja, diese Jubelzählen waren vielleicht dann ein bisschen, dass man da nicht so 100% mehr auf Abstand und Zeug gehalten hat, aber am Ende. Nein, auch dass sie keine Masken hatten, war auch scheiße. Ja, genau das sind diese kleinen Punkte. Waren sie halt trotzdem bei einer Veranstaltung, die halt prinzipiell zugelassen war und zwar von genau den Verantwortlichen, die dann sich einen Tag später hinstellen und sagen, diese Szenen wollen wir nicht mehr sehen, die übrigens auch zu den Entscheidungsträgern in dem Bundesland gehören, die zweimal eine Stadt abgemahnt haben, die von sich aus Maskenpflicht in den Schulen wieder einführen wollten, weil sie gesagt haben, die Inzidenz ist so hoch. Genau das. Und wo der Gesundheitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen in einem Interview zugegeben hat, dass man die Masken in den Schulen abgeschafft hat, weil man Schiss hatte vor den Eltern, die sich beschweren, weil die Kinder Maske tragen müssen. Ja, das kann es halt nicht sein. Und das sind dann die, die sich hinstellen und sagen, ja, aber die 50.000, die im Stadion waren, die sind schuld. Nee, das funktioniert so halt einfach nicht. Eben. Das ist es halt, wie du gesagt hast. Klar, man kann sagen, die haben die Masken nicht getragen. Wenn ausdrücklich gesagt wird, hey, auch am Platz ist Maskenpflicht, dann soll sich daran gehalten werden und dann ist es nicht okay, es nicht zu tun. Aber andererseits, diese Menschen sind halt geimpft, genesen, haben sich meistens wahrscheinlich sogar an alle Regeln gehalten und werden dann dafür bestraft oder verurteilt, irgendwo hinzugehen. Ich finde es halt nicht okay, während halt, wie ihr schon gesagt habt, die Leute, die wirklich verantwortlich sind, die vielleicht sogar, ja, Geimpfte oder Behörden unter Druck setzen, bedrohen, da irgendwie hinten runterfallen und auch irgendwie gar nicht so zur Verantwortung gezogen werden. Also nicht ausreichend, während einfach Menschen, die 2G haben, ich meine, uns wurde gesagt, impf dich, damit du, damit es wieder normaler wird, damit du die Pandemie bekämpfst. Das macht jeder. Beziehungsweise die Mehrzahl der Bevölkerung und das ist in Ordnung und das soll ja auch so sein. Aber ist doch klar, dass die Leute dann vielleicht auch mal ins Stadion gehen oder ins Restaurant. Jeder hat seine Dinge, die er sich vielleicht rauspickt, wo er sagt, hey, das mache ich jetzt trotz Pandemie, weil ich eben geimpft bin und das zugelassen ist. Und das muss man den Leuten ja auch zugestehen, sich da so ein bisschen, ja, aus diesem Loch ziehen zu dürfen, wofür ja auch die Impfung da war. Und dann ist halt das Problem, wenn du hörst, Leute, die Schulen können die Maskenpflicht nicht durchsetzen, weil die Behörden irgendwie Angst haben, dass sich da Eltern beschweren. Naja gut, da weiß ich nicht, wir leben in einer Pandemie. Ich weiß halt nicht, ob die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, jetzt unsere größte Sorge sein sollten, deren Sorgen zu beschwichtigen. Also ich verstehe es halt nicht mehr an dem Punkt. Das ist das Problem. Du kannst eigentlich nicht, du kannst, das Problem ist, dass wir mit Bildern, das hat ja Alex vorhin auch gesagt, Bild, Völkstarken, Bildern, gerade der Zusammenschnitt, da ist es in Bayern, geht es richtig ab. Oder gerade in Sachsen, wie viele Leute da irgendwie in den Norden jetzt gefahren werden, geflogen werden, die Bundeswehr muss ausrücken. Aber das Ding ist, du setzt es halt und auch mit Statements, wo, keine Ahnung, gibt es einen Tagesschau-Kommentar. Ja, aber der Fußball, nein Leute, es ist halt trotzdem nicht eins zu eins genau der Punkt. Das ist auch ein anderer Ort. Wäre das übrigens auch noch in Bayern gewesen, hätten wir auch nochmal drüber sprechen können. Aber die haben ja auch dann früher schon Schluss gemacht. Und es ist wirklich auch 2G. Wie gesagt, das ist trotzdem nicht alles gut. Und ich denke, wir fahren mit der Einviertellösung, die wir ja vorher schon angesprochen haben. Ich glaube, da fahren wir gemäßigt ganz gut durch. Und wenn wir das jetzt vielleicht, ich hoffe, über den Winter auch transportieren können, dass im Endeffekt ein Viertel der Leute der Stadionaustlastung wirklich ans Stadion gehen, dann kann vielleicht mal der, eine Woche kann der, der andere Woche kann der dann. Und dann kommst du da einigermaßen gut durch und dann kann niemand was sagen. Dann gibt es dann auch keine Bilder mehr. Aber mich nervt das, dass es halt ehrlich gesagt in der Art und Weise populistisch agiert wird, indem du halt so Bilder gegeneinander stellst, aber das reale Problem halt nicht siehst, weil die halt nicht mit 50.000 Leuten vorgehen müssen. Ich kann sagen, du kannst das reale Problem nicht in einem Bild ausdrücken. Ja, tatsächlich könntest du es schon. Ganz ehrlich, wie viele Bilder ich sehe, wenn, also tatsächlich könnte man noch viel öfter darauf abgehen, dass man sagt, guck mal hier in Sachsen wieder 500 Leute demonstriert ohne Masken, obwohl irgendwie gerade da total alles abgeht. Gerade im Erzgebirge, wir haben gerade eine Inzidenz von 2000 oder sowas. Könntest du alles machen. Aber das ist die Wechselwirkung, weil du nicht die ganze Zeit solche Bilder auch produzieren willst, weil dann fühlen die sich nämlich auch noch mehr aufgewiegelt und dann machst du das Thema ja noch größer und deshalb hast du auch keinen Bock drauf. Aber Fußball ist halt immer, genauso wie auch Karneval, auch diese Diskussion um Karneval, da sind Fehler gelaufen. Da ist nicht alles gut gelaufen. Grundsätzlich war aber den meisten Stellen trotzdem 2G. Finde ich das gut? Nein, finde ich nicht gut, auch solche Bilder. Und ich finde es auch nicht unbedingt sinnvoll, genau in der Hochphase der Pandemie, hoffentlich war es die Hochphase, dann genau sowas zu erzeugen, um überhaupt da hinzugehen. Aber trotzdem, ich muss runterkondensieren. Ich muss auch eine rationale Ebene finden und muss sagen, okay Leute, was ist jetzt genau Sache? Natürlich, das ist scheiße gelaufen. Wir probieren, dass das nicht nochmal passiert. Gleichzeitig kann man nicht alle irgendwie, kann man die, die jahrelang alles dafür tun, damit halt der Laden hier irgendwie läuft, kann man nicht komplett vor den Kopf stoßen. Das ist ja auch genau das, was du jetzt machen musst, wenn du sagst, Pandemiebekämpfung. Was mache ich? Mache ich jetzt wirklich einen Lockdown? Will ich die Leute, für alle, will ich die Leute, die auch sich jetzt so einen Booster reingefahren haben, will ich die jetzt auch mit einem Lockdown bestrafen? Während die, die es halt nicht machen und die jetzt immer noch 2G glücklich und gut gelaunt, irgendwie sowas machen, dass die immer noch frei rumlaufen, weil das ist nämlich genau die nächste Schere. Denn die Leute, wir halten uns dann wieder dran und sagen, okay, keine Ahnung, viele Freunde von uns oder Bekannte von mir arbeiten im Krankenhaus, die eskalieren gerade komplett. Bei denen, die sagen, scheiße, ich kann kaum noch schlafen, wir haben so viel Stress, ich sehe tagtäglich Tote und so weiter und so fort, die an Corona alle verrecken so. Und das ist natürlich ein Problem und deswegen muss man sich da selbst auch so ein bisschen regulieren. Aber es gibt Leute, die ignorieren das und die ignorieren das freimütig und sagen, nee, fick doch, ich habe da keinen Bock drauf. Und die werden auch bei, sorry, lass mich ganz kurz ausreden, die werden auch bei dem Lockdown, die werden darauf scheißen. Das ist nämlich genau die, die sagen, ja, Lockdown ist mir scheißegal, ich bin glücklich und habe einen Glühwein, also mir geht es gut, ich kann trotzdem rumtanzen und gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Die haben wir verloren. Und ich habe keinen Bock, dass immer diejenigen, die sich an alles halten, die versuchen, Solidarität nicht nur als hohle Phrase irgendwie in ihr Leben einzubinden, dass die die Einzigen sind, die dann, weil die einmal ins Stadion gegangen sind, irgendwie noch den Plöpp drauf bekommen. Nee, da müssen wir auch überlegen, wie solidarisch sind wir den Unsolidarischen überhaupt gegenüber. Das ist, glaube ich, die wichtigere Frage, als dass wir immer die, die uns eher eigentlich näher gesonnen sind, immer einen drauf geben. Sorry. Ja, was du eben gesagt hast, Leute, also die Leute, die teilweise tot aus den Krankenhäusern raustransportiert werden, die Bilder, die du dann siehst, und wenn dann jemand neben mir sitzt und sagt, ja, hast du schon mal gesehen, dass jemand eine von dieser Plane hochgehoben hat? Wo ich mir denke, alter, echt jetzt? Die halt dann einfach unterstellen, dass auf diesen Bildern, die künstlich erzeugt wurden, da ist überhaupt keiner drunter und wenn maximal eine Puppe. Und das sind die Leute, die aber jetzt hergehen und ich komme leider aus einem Ort, wo es in der Apotheke sogar möglich war, sich für 250 Euro einen gefälschten Impfpass kaufen. Und deswegen ist denen halt auch jegliche 2G-Regel scheißegal. Gehst du in die Apotheke und sagst dir, 250 Euro, kann ich einen Impfausweis haben? Ja, aber da muss man halt aber auch wieder dazu sagen, das fand ich in einem anderen Podcast sehr schön, die haben das nämlich auch als das beschrieben, was es nämlich ist, dass wir diese ganze Impfthematik auch leider sehr deutsch angegangen sind und uns mehr Sorgen drum gemacht haben, wie wir den ganzen Scheiß am Ende dokumentieren können, als wie wir es schaffen, die Leute davon zu überzeugen, sich die Spritze in den Arm jagen zu lassen. Aber das ist ein guter Punkt. Ich meine, was Alex sagt, das geht ja auch wieder in die Diskussion mit rein. Also finde ich gut, Alex, das habe ich überhaupt gar nicht bedacht. Das ist ja genau der Punkt. Was willst du machen, weil das wird 2G, aber die tun ja so, als hätten sie 2G so. Und dann hast du doch wieder eine Gefahrenlage geschaffen. Also natürlich auch ein Grund zu sagen, halt keine Vollauslastung, weil selbst auch bei Vollauslastung hast du wahrscheinlich ein paar, die mit einem gefälschten Impfpass rumlaufen. Übrigens kann man das auch übrigens mal genauer kontrollieren. Das geht ja, es gibt ja Möglichkeiten. Wir haben es ja bei Markus Anfang gesehen. Grüße an dieser Stelle. Auch da hat der Fußball wieder Strahlkraft. Ja, tatsächlich ja sogar positiv, wenn man sagt, okay, guck mal, es hat ja geklappt. Das heißt, oh scheiße, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, der gesagt hat, wir wollen aber nicht impfen, aber jetzt hier so einen Pass, den kann ich mir kaufen, dass die es vielleicht jetzt nicht mehr machen, weil sie genau wissen, scheiße, Markus Anfang, den hat er jetzt erwischt. Also auch da, ne, genau, es ist immer diese Wechselwirkung. Der Fußball ist im Fokus. Ja, aber auf dem scheiß Weihnachtsmarkt funktioniert es halt, ne? Ja. Im Stadion auch. Also ganz ehrlich, ich habe noch keine Veranstaltung erlebt und ich war echt nicht bei vielen, ähm, aber es ist halt noch nie irgendwo sauber kontrolliert worden. Echt, ja, ich muss sagen, also ich bin sehr froh, dass ich jetzt, also gerade hier in Frankfurt, ähm, jetzt auch bei, also wenn ich irgendwie nochmal in Gaststätten, ich versuche das schon zu vermeiden, das war gut. Und tatsächlich war es im Stadion auch gut, die haben das gescannt. Also aber vielleicht hatten die viel Zeit, weil ich ja durch den Eingang durchgegangen bin, wo echt fast nichts los war, aber da hat das gut funktioniert. Aber wie das woanders ist, keine Ahnung, ich war ja auch zum ersten Mal seit... Das ist unterschiedlich. Also hier gibt es halt auch Restaurants, die kontrollieren es, aber was ich halt seltenst sehe, ist, dass ich jemand, dann zeige ich halt schön meine App, ne? Lässt sich kaum jemand mal in Perso zu zeigen. Also da kann ich halt auch Impfzertifikat von meiner Mutter reinladen und dann bin ich, bin ich auch durch, ne? Aber wenn du halt so, ähm, ins Stadion gehst oder so, dann musst du halt schon zu deinem Impfausweis auch immer nochmal in Perso zeigen, ob die sich jetzt irgendwie anzeigen lassen können, welche Chargennummer wirklich vergeben ist, weil das war ja das, wodurch er am Ende aufgeflogen ist, dass die, dass die Charge des angeblichen Impfstoffs gar nicht ausgegeben wurde oder dass es die Chargennummer nicht gab oder dass die Impftermine zu Zeiten lagen, wo er im Trainingslager war, ne? Also, und das weiß ich nicht, ob das, das kannst du ja auch keinem Gastronom irgendwo auferlegen, dass er die Gültigkeit von einem Impfdokument prüfen muss. Das können die ja an der Stelle nicht kontrollieren. Also du kannst ja tatsächlich, also entweder den, den digitalen musst du halt scannen und dann hast du halt immer noch den Punkt, wenn du halt quasi von einer offiziell autorisierten Stelle quasi ein ausgestelltes Dokument hast, dann ist das Ding halt trotzdem am Ende gültig, obwohl du da niemals irgendwie eine Impfung gesehen hast. Also es ist halt, wie gesagt, das Problem ist, wir haben uns mehr darum gekümmert, wie wir den Kram dokumentieren, als die Leute davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist, das zu machen. Das ist das eigentliche Problem. Genau, aber genau. Ich glaube, wir können uns ja, wir sind uns da ja auch alle einig und ich glaube, ich hoffe, dass es halt jetzt zumindest zu dieser Viertellösung, dass die noch ein bisschen Bestand hat, dass die, die da ja hat, da ins Stadion wollen. Ich will aber nochmal eine andere Thematik. Wenn wir jetzt schon bei Fernsehen anreißen, denn Patricia hat ja schon vollkommen richtig gesagt, es sind ja nicht die Fans, also nicht immer alle so Fans im Stadion und ich weiß nicht, wie habt ihr das am Donnerstag wahrgenommen, weil ich muss ehrlich sagen, mich hat das schon ganz schön geärgert, dass da irgendwelche Idioten, das muss ich echt sagen, ich finde das idiotisch, diese Böller-Aktion in den Raum geworfen haben. Was soll das denn? Maximal unnötig. Also ich glaube... Tolle Rache-Aktion. Ja, aber auch halt unnötig an der Stelle, ganz ehrlich. Du hast halt auch da gemerkt, dass dieses Ding halt komplett den Spielfluss gekillt hat an der Stelle. Ich glaube, wenn wirklich Ultras im Stadion gewesen wären, dann wäre die Aktion nicht passiert. Es lag mir auf der Zunge, das zu sagen. Ja. Das glaube ich auch, safe ja. Ja, mit Sicherheit nicht, weil die hätten sich so einen Scheiß nicht einfallen lassen. Es ist eine Regel auch, nie im eigenen Stadion sowas werfen. Also wenn du halt Pyro zündest und in der Hand behältst, ist nochmal eine andere Situation, aber sowas werfen... Ja, vor allem auch der Zeitpunkt, ich werfe das doch nicht, wenn die eigene Mannschaft in der Offensivbewegung, als ich mein Schäfler war, mit dem Ball aufs gegnerische Tor unterwegs, da würde ich doch, selbst wenn es die Regel nicht geben würde, allein schon aus reinem Menschenverstand in dem Moment das Ding da nicht werfen. Das ist doch total akokulores. Also sehe ich genauso. Patricia, hast du es mitbekommen? Du hast es ja im Fernsehen gesehen. Weißt du, ob da irgendjemand verletzt wurde oder so? Ich glaube nicht. Also es war, dass sich... Ich weiß nicht, war es der Torwart und noch ein Spieler von Antwerpen? Zwei, drei Spieler haben sich, glaube ich, hier gesehen. Ja, die zwei Abwehrspieler, der Torwart und Schändler sind zusammengezuckt. Ja, genau. Einer ist, glaube ich, auch so ein bisschen zu Boden gegangen, hat sich die Ohren gehalten. Also das hat wahrscheinlich gerappelt im Kopf auch, gut von der Lautstärke. Aber ich glaube, es ist keinem jetzt wirklich was Ernsthafteres passiert, also zumindest auch körperlich nicht. Ja, aber war halt, also man sieht es und denkt sich halt nur, was zur Hölle? Also warum? Es ist einfach so erbärmlich. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe schon die Aktionen nicht verstanden gegen Trapp damals beim Hinspiel. Und dass man dann sich selbst auf das Niveau runterlassen muss und da irgend so ein Racheakt draus schüren muss. Ich weiß nicht, ich bin hier nicht im Bandenkrieg, ich bin im Stadion. Und ich finde es halt, ich finde es, also es ist halt so dumm einfach. Und es nervt, es nervt, weil das sind halt so Szenen, die willst du ja auch gar nicht sehen. Und das hat überhaupt nichts irgendwo verloren. Es ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Also es hilft keinem irgendwas. Deswegen, man kann es halt auch einfach lassen, aber scheinbar nicht. Regt aber halt dann auf am Bildschirm. Also klar, man ist erst besorgt und fragt sich, ob es allen gut geht. Wenn man dann mitbekommt, alles gut, dann ist man klar erleichtert, aber trotzdem verärgert, weil es eben wieder eine Szene ist, über die dann viel geredet werden wird, was nicht sein müsste einfach. Und es rückt halt dann auch wieder alle anderen ins negative Licht, weil wir wissen ja, Leute, die dann vielleicht nicht so im Thema sind, verallgemeinern das gerne. Und dann führt das zu irgendwelchen Diskussionen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, die allen schaden, die auch überhaupt gar nicht beteiligt waren. Das ist es halt. Also ich muss eigentlich sagen, ich war echt ein bisschen sauer, als ich das mitbekommen war. Und dann habe ich gedacht, was ist denn hier los? So dumm, das kam ja zweimal. Und ich habe dann auch gesehen, irgendwie, keine Ahnung, einer der Ordner, der hat sich dann auch die Ordnung gehalten, keine Ahnung. Was soll denn diese Scheiße dann auf der anderen Seite? Das dann ja auch irgendwie wieder, ist dann ja auch eine Rakete dann wieder rübergeflogen in die Fernseher. Ich glaube, da muss sich ja sogar auch ein Fan, also ein Andrad-Fan dann dementsprechend, der die Rakete mehr oder weniger abbekommen hatte, auch verletzt haben. Also Leute, ey, also keine Ahnung, jetzt ist schon nicht alles hundertprozentig. Dann hört doch mal wenigstens auf, so eine Scheiße zu machen. Und wenn ihr jetzt mal ausnahmsweise im Heimblock seid, so im 38er, dann feiert doch schön, jubelt, macht sonst was, aber doch keine Scheißbölle abfackeln. Ey, das ist so ein Mist. Naja, wollte ich nur mal kurz ansprechen. Ja, ist ja auch richtig. So, dann gibt es noch so ein bisschen News, um mal wieder so ein bisschen mehr in Richtung Fußball auch zu kommen. Mit der U23. Wir hatten da ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Und was ich so jetzt lesen konnte, gibt es anscheinend oder strebt man einen Deal mit Hessen 3 Eich ein, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der Hessenliga spielen dürfen. Oder eine Startberechtigung dort haben. Dort spielen. Dort spielen. Aktuell. Genau. Und damit hätte man ja die Möglichkeit, so zumindest nicht ganz unten anfangen zu müssen. Ja, aber Hessenliga, also ich weiß nicht. Würdest du noch was sagen? Naja, also das ist ja auch nicht Fisch und nicht Fleisch, ne? Also das ist ja, also mein Dorfverein hier in Waldorf spielt auch Hessenliga. Und deswegen gucke ich mir da das ein oder andere Spiel an. Das ist schon, das ist halt noch Amateurfußball, ne? Und wenn du da unten raus willst, also ich glaube, wenn du seriös mit deiner U23 ein Sprungbrett sein willst, dann musst du in die dritte Liga. Ja, das stimmt. Und der Weg dahin ist weit. Und deswegen, also ich bin von diesem U23-Projekt, ja, bin da noch nicht so, bin da noch nicht so überzeugt von. Ich finde nach wie vor ein gutes Konzept mit einem Partnerverein wie dem FSV, der ja vielleicht auch mal wieder höher spielen möchte. oder eine gute Leihstation oder, ja, also dass man sich ein Konzept außerhalb des Vereins überlegt und das sauber aufbaut, finde ich besser als in der Hessenliga zu starten. Ja, wobei, also ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, das U23 an sich das Konzept, finde ich ganz gut. Wäre ich sogar dafür, wenn, klar, wie Alex schon gesagt hat, das müsste dann schon auch mindestens dann dritte Liga sein. Das Problem ist halt, wenn du das willst, musst du irgendwo anfangen. Und dann fängst du halt in der Hessenliga an und das dauert, klar, das dauert, bis du dann da erst mal, ja, dich hochgearbeitet hast und bis du dann halt die Mannschaft dort hast, wo du sie haben willst, wo es deinen Jugendspielern oder entwicklungsfähigen Spielern auch was bringt, wirklich mitzuspielen. Ja, muss man halt abwägen, inwiefern Sinn das dann ergibt. Also, ja. Ruf mal bei Fabio Blanco an und frag, ob er Hessenliga spielen möchte. Er jetzt wahrscheinlich nicht. Er, er, glaube ich nicht, aber ich glaube, er hat generell Probleme. Wir haben noch eine Alternative gefunden, statt der U19. Du könntest bei Hessen drei Eisch trainieren. Ja, ich glaube, bei ihm sowieso hat man mal verloren in der Richtung. Aber bei anderen Spielern, denen man das vielleicht auch genauso vermittelt von wegen, hey, du bist hier als entwicklungsfähiger Spieler und so weiter und so fort. Und wir gucken, wie schnell du dich machst und wie schnell wir dich hochziehen können. Aber du hast auch da und da die Chance, dich zu entwickeln und regelmäßig zu spielen. Und wir können sofort auf dich zugreifen. Also, das finde ich halt immer gut, dass du, wenn du so eine Mannschaft hast, deine Spieler auch sofort, wenn du merkst, irgendwie, die haben einen Sprung gemacht, kannst du auch sofort hochziehen und mal gucken, wie es funktioniert. Wenn es dann doch noch nicht reicht, steckst du sie halt wieder so ein bisschen zurück und kannst sie dann halt nach und nach ranführen. Und musst halt nicht warten, bis sie nach einer Laie zurückkommen, wo du bei einer Laie auch wenig Kontrolle drüber hast. Wie läuft das da? Kriegt man den Spieler jetzt schnell zurück oder nicht? Und spielt er überhaupt genug? Je nachdem, wie das vertraglich dann alles geregelt ist. Du hast das halt alles in der eigenen Hand. Deswegen finde ich das eigentlich schon positiv. Aber klar, das ist halt auch ein zusätzlicher Aufwand. Finanziell auch zusätzlich natürlich. Plus, du musst halt auch erst mal in die dritte Liga mit der Mannschaft. Ja, das ist genau der Punkt. Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das gut ist. Ich meine, Patricia hat ja eben wunderbar erklärt, die ganzen Vorteile, die das auch hat, dass du eine komplette Verfügbarkeit hast über das eigene Talent. Dass du Leute nach Verletzungen kurzzeitig reinwerfen kannst, die da wieder zurückkommen. Das alles muss aber in der konkurrenzfähigen Liga sein. Und eigentlich machen wir, wenn wir die sagen, in der dritten Liga, machen wir die dritte Liga damit übrigens auch kaputt. Weil ehrlich gesagt, wenn du ein Traditionsverein bist, bist du wie Kaiserslautern. Klar, könnte das dann irgendwann mal mit der Eintrag irgendwie ganz cool sein. Aber im Endeffekt hast du keinen Bock, eine Zweitvertretung eines Bundesliga-Clubs da zu haben. Zweitvertretungen sind immer unsexy in der Regel und sind scheiße. Also für alle Vereine, die mit ihrer Erstvertretung dort spielen. So ist es halt einfach. Eigentlich ist es eine Kacklösung. Aber ich kann verstehen, dass die Eintrag das machen will, weil sie halt die Kontrolle haben will. Aber das heißt gleichzeitig auch, ihr habt es ja eben richtig gesagt, auf der einen Seite musst du von der fünften Liga in die dritte Liga. Das heißt, das sind Ressourcen. Das dauert jetzt ein paar Jahre. Für Blanco ist auf jeden Fall das alles zu spät. Das heißt, du machst es für die potenziellen nächsten Talente. Und du musst ein Arsch voll Geld da reinhauen. Also natürlich reichen dir jetzt erst mal unterklassige Spieler, damit du jetzt in die vierte kommst. Und dann kommst du auch noch vielleicht irgendwie, vielleicht kommst du dann noch mit viel Glück, je nachdem, ob du dann als Erster direkt aufsteigst, kommst du dann sogar in die dritte Liga. Aber das ist trotzdem ein finanzieller Aufwand. Und denen in Zeiten von Corona zu stemmen, ja, es muss ein ganz klarer Plan dafür her. Oder es werden weiter Spiele verkauft. Ein Teil fließt dann immer da rein. Dann kann man das machen. Für mich die optimale Lösung wäre eigentlich im Laufe der Zeit jetzt gewesen, überhaupt eine komplette Zweitvertretungsliga zu haben für alle Bundesliga-Vereine. Aber daran hat man ja nie ernsthaft gearbeitet. Insofern ein bisschen schade. Aber wenn, dann kostet es Geld. Ja. Ich bleibe bei dem Punkt, den ich ja letzte Woche auch schon hatte. Du müsstest dann auch wirklich dieses ganze Thema Nachwuchsentwicklung ein bisschen ernster nehmen, als wir es bisher tun. Damit das dann halt auch wirklich den Invest lohnt. Ja. Ich meine, dann hast du ja die Möglichkeit. Ich meine, guck mal, die Eintracht, das sage ich immer wieder, die Eintracht hat ja tatsächlich einige Spieler in die Bundesliga gehievt, aber tatsächlich die allerwenigstens direkt über den Weg Eintracht dann in der Profiabteilung. Sondern viele sind halt von der U19. Wo waren wir das hin? Oder sind wir dann weggegangen. Und natürlich könntest du mit diesen ehemaligen Spielern Kader auf die Beine stellen, der dann in der dritten oder in der vierten Liga und dann vielleicht optimalerweise in der dritten Liga einigermaßen konkurrenzfähig ist. Da bin ich von überzeugt. Aber das kostet halt auch finanziell. Muss dir einen Profi-Vertrag geben. Und der Profi-Vertrag ist dann nochmal anders als ein U19-Vertrag. Ja, aber dann hättest du die Chance natürlich, so Leute wie Yannick Brugger, der dann irgendwie nach Österreich gegangen ist, vielleicht nicht zu verlieren. In die Rorere müsste ich mal gucken, wie der jetzt mittlerweile spielt. Aber so einige Spieler, von denen du weißt, ja, potenziell geht da schon was. Aber ich würde sie ganz gern behalten. Aber das funktioniert halt bei mir in der ersten Mannschaft nicht. Weil wir sehen halt viele junge Spieler, die von der U19 gerade versuchen ranzukommen. Das ist einfach zu hoch für die, die Bundesliga. Und dann hast du so ein Jahrhundertalent offenbar, so wird es ja immer wieder gesagt, mit Blanco. Und auch der bekommt überhaupt keinen Stich. Ja, dann ist es natürlich frustrierend. Es bleibt spannend und dann gucken wir mal, wie sich das dann da entwickelt. Vielleicht wissen wir in den nächsten Wochen ja dann mehr zu den konkreten Plänen. So, bevor wir jetzt auf die Empfehlungslinie einbiegen, will sich Frau Patricia für heute verabschieden. Ist das korrekt? Yes, richtig. Sehr schön. Ich mache mich hier mal los. Aber ich hätte sowieso keine Empfehlungen mehr für euch gehabt. Deswegen denke ich, die anderen werden euch da ausreichend versorgen. Wir tun unser Bestes. Dir vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis in den nächsten Wochen. Bis bald. Viel Spaß noch. Tschüss. So, dann gucken wir jetzt mal, was uns die Empfehlungen so bringen. Und dafür fahren wir jetzt erst mal den Jingle ab. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, dann haben wir ein bisschen was auf der Liste. Frau Alex, du bist abgezogen in das True-Crime-Segment und möchtest da Dinge empfehlen. Ist das korrekt? Es hat mich voll gecatcht. Ja, hat mich gepackt. Und zwar habe ich die ganze Zeit den Podcast Mord auf Ex schon gehört. Und die beiden Produzentinnen des Podcasts, oder Sprecherinnen, die Leonie und die Lynn, haben eine Investigativreihe gemacht. Hier ganz aus unserer hälsischen Nachbarschaft aus Babenhausen. Und zwar hat da vor ungefähr zehn Jahren ein Doppelmord stattgefunden. Wurde jemand auch rechtskräftig verurteilt. Und die haben das Ganze jetzt aufgearbeitet in dem Podcast Die Nachbarn. Verlinken wir in den Shownotes. Und gehen der ganzen Sache mal auf die Spur. Und sind jetzt nach ihrer Investigativ-Reportage dazu gekommen, dass sie versuchen wollen, oder gerade dabei sind zu versuchen, mit allen Mitteln und Wegen den Fall nochmal aufrollen zu lassen. Weil hier wohl ein Unschuldiger oder vermeintlich ein Unschuldiger im Gefängnis sitzt. Ja. Und ich finde es halt mega spannend, weil es halt hier auch einfach gerade um die Ecke passiert ist. Ja. Deswegen auf jeden Fall meine Hörempfehlungen sind aktuell fünf Folgen. Also kann man sich auch, ja, kann man sich auch gut geben. Braucht man nicht allzu viel Zeit für, um das zu hören. Und es, ja, also wenn man die erste Folge hört, das fesselt einen wirklich. Okay. Sehr schön. Also für Fans, das, der True-Crime-Sektion wäre das quasi der nächste Podcast, der da, der da hin muss. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wenn wir schon bei dem Thema Podcast sind, dann kann ich noch kurz anschließen an dieser Stelle, ich möchte natürlich an dieser Stelle den Rasenfunk diese Woche empfehlen. Ausschließlich, weil Frau Alex dort zu Gast war und dort über andere Fußballspiele spricht. Nein, auch so war das mal wieder eine sehr gute Aufarbeitung des Spieltags. Also wenn ihr euch mit anderen Spielen als nur der Eintracht beschäftigt, dann ist das natürlich immer eine gute Wahl. Und wenn... Ich kann sagen, der Max ist eine Dauerempfehlung. Ja, Max ist ja nicht immer eine Empfehlung, deswegen erwähnen wir es hier nicht mehr so oft. Und bevor wir hier unsere Sendung aufgenommen haben, waren der Marvin und ich beim Abseits-Podcast und haben da auch nochmal ein bisschen über die Eintracht gesprochen und auch nochmal, wie wir zum Podcast gekommen sind und wie wir so die aktuelle Entwicklung sind. Und dann auch mit der spannenden Frage, wie wir es denn finden würden, wenn auf einmal ein Scheich um die Ecke kommt und der Eintracht 400 Millionen Euro schenkt. Also wer die Antworten auf diese Fragen wissen möchte, der findet den Podcast der Kollegen entweder auf Spotify oder auch auf YouTube. Und dann könntet ihr uns sogar kurz sehen. Super, das ist doch schön. Eine Sache habe ich noch. Und zwar, ich habe noch eine Empfehlung. Dick Deeper. Und die Alex ist ja so ein, die haben wir mittlerweile mitbekommen, ein True-Crime-Fan. Und Dick Deeper ist eine deutsche Produktion, das Verschwinden der Birgit Meier oder von Birgit Meier. Und ich glaube, Alex, das könnte dir sehr gut gefallen, das bei Netflix zu finden. Ich fand es eine super krasse Doku, eine super sehr gut gemachte deutsche Doku. Hat einen geilen Look, hat einen interessanten Look und hat eine echt berührende Geschichte. Schaut euch das mal an. Der Name sagt mir was. Spoiler mal ein bisschen, ist ein Cold Case oder kommt es zu einem Abschluss? Ist tatsächlich, also ich will jetzt nicht sagen, also es gibt dann irgendwann ein Ende, aber es fängt an mit einem Cold Case. Richtig, ja genau. Ja, aber es ist sehr interessant, weil es auch wirklich die ganze Familie spricht und die ganzen Irrungen und Währungen, Polizeiarbeit wird näher beleuchtet. Empfand ich als rundum sehr gut gemacht. Okay. Klingt spannend. Ich glaube, das packe ich auch mal auf die Watchlist bei Netflix. Und wenn ihr schon gerade sowieso auf eurer Watchlist auf Netflix seid, dann habe ich da auch noch eine Empfehlung. Und Frau Alex hat da gerade in unserem Sendungsdokument 248 Ausrufezeichen dahinter gemacht, nämlich die Sendung Lupin. Lupin. Lupin, Entschuldigung, ich hatte kein Französisches. Ich hatte auch Lupin gesagt. Lupin, Lupin. Genau. Ist eine französische Serie, gibt es aber auch auf Deutsch, ob wir es nie bei Netflix. Und geht quasi, also ich habe bislang nur die ersten vier Folgen geschaut, das war schon mal vorneweg, also deswegen nicht zu viel Spoiler, wenn du Alex gleich noch kurz was ergänzen möchtest. Geht aber im Prinzip ja um Arsene Lupin, den Gentleman Gauner, der dort immer wieder aufgenommen wird und zwar geht es um die Rache eines jungen Mannes an einem Diebstahl, der seinem Vater untergeschoben wurde und man behauptet, er hätte sich selbst umgebracht, was relativ offensichtlich wird nach der ersten Folge schon, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein könnte. und ich finde den Schauspieler, der das macht, extrem toll für diese Rolle und ist eine sehr schöne Serie. Ich glaube, bis dann gibt es auf Netflix zehn Episoden, jeweils so um die 50 Minuten. Ist eine richtig gute Serie mit Witz, mit Charme, mit so ein bisschen Krimi und Drama. Also es hat richtig das komplette Paket. Also wenn ihr jetzt für den Winter noch was braucht zum Gucken, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Sehr geil. Ja, also alles, was ich dazu zu sagen habe, sind die 30 Ausrufezeichen, die ich dahinter gemacht habe. Ich fand es auch geil. Auch weil du, wie du gesagt hast, nur der Schauspieler ist halt der gleiche Hauptdarsteller wie in Ziemlich Beste Freunde. Ja. Den Film fand ich auch schon sehr geil und die Rolle von Assange Lupin spielt der einfach auch grandios. Ja, hat mir auch gut gefallen. Hat aber nichts mit der Anime-Serie. Ist keine Anime-Serienverfilmung, oder? Nein, ist keine Anime-Serienverfilmung, nein. Weil es gibt ja auch an Lupin, glaube ich. Ja, gibt es auch, aber ist es nicht. Freue ich mich. Geiler Schauspieler, mag ich. Ja, ich mag den auch sehr. Ich mag den auch sehr. Letzte Frage geht an Marvin. Hast du mit der neuen Staffel Dexter schon angefangen? Nein, ich warte noch, bis der Lockdown kommt. Also morgen. Ja, keine Ahnung. Ohne Scheiß. Ich habe echt gesagt, komm, ich warte jetzt einfach noch. Die paar Wochen kann ich auch noch warten. Hat noch nicht angefangen, freue mich aber drauf und hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich habe die erste Folge gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, wirst du nicht. Das ist sehr schön zu sein. Wunderbar, ey. Ja, sehr schön. Dann haben wir ein bisschen Empfehlungen. Vielleicht ist jetzt eure Entscheidung, ob ihr da draußen wartet, bis der Lockdown morgen kommt oder ob ihr heute schon mit anfangt, wenn die Folge online geht. Aber auf jeden Fall ist ein bisschen was dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt, sei es mit Kommentaren im Chat dabei sein oder finanziell, wie eingangs schon erwähnt. Alle Links zur Sendung findet ihr unter eintracht-podcast.de. Damit entlasten wir euch in die Restwoche, wünschen euch ein angenehmes Fußballwochenende und melden uns dann in der nächsten Woche mit einem Rückblick auf Hoffenheim und Ausblick auf die Euroleague und die kommenden Bundesligaspielen und alles, was uns sonst noch so zu Eintracht auf dem Herzen liegt. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey ARD Text im Auftrag von Funk